Hi, ich bin Alisa, a.k.a. Sacko Beek. Ich bin selbstständige Kommunikationsdesignerin und Illustratorin aus München. Wenn ich mal keine Kundenprojekte mache, findet man mich auch online auf www.sackobeek.com oder auf Messen, wie dieses Jahr auf der Animuk, Dokumi oder der Comic-Con Stuttgart. Vielleicht habt ihr meine Culture Pandas oder mein Partyspiel Party Achievements ja sogar mal gesehen. Zudem bin ich Käpt'n der Sketch Pirates Munich, einer offenen Gruppe für Kreative aller Art aus München und der Welt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Comic-Cookies, dem ältesten deutschsprachigen Comic-Podcast. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen zu den Comic-Cookies Folge 112. Mein Name ist Andi und mit mir heute dabei ist der Breedstorm. Mahlzeit. Und der Patrick ist auch wieder dabei. Selber Patrick. Hi. Und der andere Andi im Bunde ist natürlich auch mit dabei. Vollbesetzung heute. Hallo Andi. Aloha. Comic-Cookies wie immer ein Comic-Podcast. Wir stellen einen Haufen Comics vor. Jeder hat ein paar vorbereitet. Wir haben ein gemeinsames Thema am Ende auch noch, das wir wieder miteinander besprechen werden. Da gehen wir dann gleich noch ein bisschen drauf ein. Wir wollten vorab noch kurz ein bisschen ein anderes Thema besprechen, das der Andi in die Runde geworfen hatte. Andi, magst du das mal eben kurz vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was da so deine Gedanken waren, was wir da jetzt mal kurz noch ein bisschen besprechen wollen? Ja, tatsächlich fiel mir in letzter Zeit auf, dass es erhältnismäßig viele Menschen im Internet zu geben scheint und damit vermutlich auch in der richtigen Welt, hier unter den aktuellen Bedingungen, die auf der Welt herrschen, leiden, die da einfach wahrnehmen, dass es große Kriege auf der Welt gibt, insbesondere eben gerade den Angriff Russlands auf die Ukraine, die auch unter den letzten zwei, zweieinhalb Jahren Pandemie gelitten haben, unter den Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben. Und keine Ahnung, allein schon auch, wie es mit unserem Planeten steht, so ein bisschen könnte man das Gefühl kriegen, die Welt geht nicht nur unter, also die Welt geht auf jeden Fall unter, aber wir haben auch schon den Punkt überschritten, wo wir was daran ändern können. Und wir sehen es jetzt quasi auf uns zukommen. Und da ist mir aufgefallen, dass es auch andere Magazine und Podcasts und so weiter gibt, die aktuell eine Pause machen, die Kolleginnen und Kollegen, die da sonst ihre Beiträge auch vor allem zum popkulturellen Bereich bringen, die pausieren, die sind oder fühlen sich zumindest nicht in der Lage, aktuell über diese Themen zu berichten, weil beispielsweise ein aktueller DVD-Neustart von irgendeinem x-beliebigen Film, in deren Wahrnehmung gerade nicht des Berichtens wert ist, weil, wie gesagt, gerade auf der Welt so viel los ist, dass sie da gerne eine Pause machen möchten. Und tatsächlich ist das ja ein Gedankengang, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Spätestens nachdem ich persönlich auch Nachwuchs gekriegt habe vor ein paar Jahren, war dann irgendwann der Moment gekommen, wo ich vielleicht glaube, so ein bisschen langfristigere Perspektiven gefunden zu haben für mein Leben und auch für das, was ich damit anstelle. Und habe da sicher auch das eine oder andere geändert. Und die Comics, die waren immer so ein bisschen Begleiterscheinungen. Und deswegen möchte ich heute mit euch mal so ein bisschen das Thema erörtern. Wie sieht es denn eigentlich aus? Die Welt geht unter, wir gucken zu und reden aber dabei trotzdem über Comics. Ist das nicht totaler Quatsch? Und gibt es nicht Wichtigeres auf der Welt? Warum machen wir das eigentlich? Warum besprechen wir Comic-Themen? Dazu habe ich eine Menge Gedankengänge und würde euch da auf jeden Fall auch gerne mal fragen wollen, wie da so eure Einschätzung ist. Patrick, du hast da auch gleich reagiert und dir sind auch ein paar Gedanken dazu gekommen. Wie siehst du das? Warum machst du das eigentlich alles? Du bist ja auch sehr umtriebiger Podcaster. Sagen wir es so, ich musste vor zwei Jahren, als du deine Kinder bekommen hast, auch irgendwie lernen, damit umzugehen. Weil ich bin jobmäßig fast jeden Tag mit den Auswirkungen von Corona irgendwie in Konflikt gekommen. und ich kriege das jetzt auch mit, was dieser Ukraine-Konflikt auch generell gerade auslöst. Also auch da habe ich Auswirkungen bei der Arbeit, aber ich musste da eben auch schon lernen, irgendwie wie ich abschalten kann. Weil wenn ich die ganze Zeit zu 100 Prozent unter Strom stehe, damit wird man auch keinen Gefallen tun. Und anhand der Leute, die jetzt da aktuell gerade durchdrehen, merkt man, das tut keinen gut, wenn die Person nicht abschalten kann. Also wenn ihr gerade euch nicht in der Lage fühlt, das zu hören, dann hebt euch das vielleicht für später auf. Aber ich für meinen Teil brauche auf jeden Fall die Zerstreuung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Weil, ja, wir haben jetzt aktuell genug Panik. Und wenn man sich 24 Stunden lang nur noch über Nachrichten informiert, ist der Punkt sehr schnell, wo man überfordert ist. Alle sind gerade überfordert. Und das ist auch absolut okay so, finde ich. Also nicht, dass dieser Zustand so ist, aber dass wir alle irgendwie überfordert sind und ein bisschen down sind. Das ist also die Zerstreuung, die du suchst und da sicher auch findest in den vielen Möglichkeiten, die es da in der Popkultur und insbesondere auch bei den Comics gibt. Jetzt gibt es sicher Leute, und das sind ja gerade die, die aktuell auch ihre Magazine und Podcasts einstellen, die halt sagen, ja, das stimmt schon alles, aber es gibt gerade Berichtenswerteres. Und es gibt Dinge, da wollen sie sich eher drauf konzentrieren. Oder ich habe zum Beispiel die Tage mit einer Kollegin gesprochen, im echten Leben, im echten Job. Die sagt, die hat das Gefühl, dass jedes Mal, wenn sie nicht Nachrichten guckt, also sich mit etwas anderem beschäftigt, hat sie das Gefühl, sie würde wegschauen. Und da bekämen sie ein ganz besonders schlechtes Gewissen. Und das kann ich zumindest nachvollziehen. Geht dir das auch so? Nee, zum Glück nicht. Aber ich verstehe sie schon. Ich finde nur, es wird, ich sage jetzt, es ist nicht nur Zerstreuung, aber dadurch, dass wir auch in der Redaktion oder mit Kumpels immer wieder Kontakt haben oder uns letzte Woche auch spontan mal getroffen haben, mildert das das so ein bisschen ab. Also, ja, wir können jetzt nicht die ganze Zeit in unseren Bunkern hocken und hoffen, dass wir nicht zu Staub zerfallen. Also, ist leider nicht meine Art. Mhm. Ja. Andi, wie sieht das bei dir aus? Du bist ja auch jemand, der sehr informiert ist, auch international Kontakte hat. Was ist das für dich? Warum besprichst du Dinge? Du hast ja nicht nur die Comic-Cookies, du bist ja unter anderem bei E-Rail International auch unterwegs, wo ihr ja auch meines Wissens Horrorfilme euch immer rauspickt. Ist ja auch popkulturelle Auseinandersetzung, die du da pflegst und hast dann auch noch ja andere Projekte, wie zum Beispiel Das Alles. Warum machst du das eigentlich? Die Sache ist tatsächlich so, für die letzten paar Wochen, wir sind jetzt, heute wo wir aufnehmen, sind es fast drei Wochen seit dem Überfall auf die Ukraine und die letzten drei Wochen waren für mich auch extrem bedrückend. Also, ich habe mich natürlich auch so, also alles wirkte plötzlich sehr banal. Nicht nur, warum podcaste ich überhaupt oder warum lese ich zwischendurch einen Comic oder schaue ich einen Film, sondern also so generell alles. Wie können Menschen überhaupt einkaufen gehen, während da gerade Krieg herrscht und so. Also, es war eine extrem komische Zeit, ist es noch und ja, Cookies ist jetzt die erste Folge, die wir aufnehmen seitdem. Eerie haben wir zwei Folgen oder was das waren, zwei oder drei Folgen jetzt in der Zeit auch aufgenommen und auch da haben wir das in der ersten Folge direkt nach dem Überfall ausführlich besprochen und auch darüber gesprochen und auch so über unsere Situation gesprochen und auch über unsere Ängste und für mich war es eine extrem bedrückende Zeit. Ich habe tatsächlich sehr wenig Filme geschaut, also außer das, was wir so bei Eerie, den einen Film, den wir besprochen haben bei Eerie, das war so der eine Film in der Woche, den ich halt auch angeschaut habe und da haben wir uns dann aber auch schon auch in der Zeit so ein bisschen, ja, leichtere Kost auch ausgesucht. Wir haben uns jetzt nicht die schwersten Horrorfilme irgendwie ausgesucht, sondern schon so ein bisschen was, was tatsächlich mal vielleicht auch ein bisschen leichter konsumerabel ist, weil ich hatte sehr wenig Fokus, also mich überhaupt auf Dinge zu konzentrieren und Dinge irgendwie aktiv wahrzunehmen. Ich habe wenig Nachrichten tatsächlich geschaut, auch in der Zeit, genau deswegen, weil es eh schon so extrem bedrückend war. Wir sind auf Proteste gegangen und so und da natürlich die Stimmung war extrem beeinflussend und bedrückend auch und trotzdem war es für mich auch wichtig, weil diese Podcasts, die ich mache, sind nicht einfach nur, weil ich irgendwie Bock habe, irgendwie über Comics oder Filme zu sprechen, sondern die sind für mich tatsächlich auch so sozialer Austausch. Also das ist für mich auch, mich mit Freunden treffen. Also gerade die Jungs von Eerie, die kenne ich jetzt ja schon viele Jahre auch. Das sind meine besten Freunde mit. Der eine sitzt in England, der andere sitzt in Amerika. Die sehe ich also quasi nie. Nicht im alltäglichen Leben zumindest. Das ist so alle paar Jahre, wenn mal einer irgendwo hinreist, dass wir uns mal sehen können. Für mich ist quasi so diese zwei Stunden, die wir in der Woche verbringen, ist, ich kann mich mal, ich kann mich mit meinen Freunden austauschen. Wir machen das halt in der Form von einem Podcast, aber trotzdem ist es halt so, diese Gelegenheit, wo man irgendwie menschlichen Kontakt auch haben kann, was in der Pandemie natürlich ein super Hobby auch war. Das hat uns, war für euch wahrscheinlich ähnlich, den sozialen Kontakt über die Pandemie auch irgendwie gerettet, gerade in der Zeit, wo man sich sehr wenig so richtig mit Menschen treffen konnte. So einen regelmäßigen Podcast zu haben, ist da eine starke Stütze. Und für mich war das auch wirklich wichtig, da so ein bisschen diese zwei Stunden in der Woche zu haben, wo ich mir nicht irgendwie Sorgen um die Welt und um die Zukunft mache, auch wenn ich mir nicht ständig nur Nachrichten reingeballert habe. Jetzt ist es klar, wir reden immer von Popkultur und das meiste, was wir da so besprechen, ist ja auch irgendwie Popkultur. Nichtsdestotrotz gibt es im Bereich Comic natürlich auch ernsthaftere Sachen, die man da auch besprechen kann. Was wir heute auch tun werden, wir haben eine sehr bunte Mischung heute wieder mit dabei. Ich verstehe es total, wenn das bei anderen Leuten anders ist, wenn die sagen, ich habe jetzt gerade nicht den Kopf, irgendwie einen Film zu besprechen, einen Podcast zu machen. Ich habe da gerade nicht die Energie dafür. Kann ich komplett nachvollziehen. Für mich war es tatsächlich eben so dieses, so eine gewisse Struktur, so eine gewisse fast schon Alltäglichkeit, so irgendwas, was sich nicht verändert hat, irgendwas, was nicht zusammengebrochen ist, irgendwas, was trotzdem immer noch da ist, was ich noch machen kann, was mir auch einen gewissen Halt im Alltag so gibt. Und ja, ich verstehe natürlich auch komplett, wenn es Leute gibt, die sagen, gut, ich höre mir jetzt nicht solche Podcasts momentan an. Wir nehmen ja zum Glück auch keine Sendezeit weg. Also es ist ja zum Glück nicht so, dass wir irgendwie sagen, zwei Stunden in der Woche Fernsehprogramm, wo auch was Wichtigeres laufen könnte oder so. Das ist es ja nicht. Also uns kann man ja zum Glück hören, wie man will, wann man will und wo man will. Aber ja, also ich finde es jetzt auf keinen Fall irgendwie verwerflich, wenn man seinen Podcast weitermacht. Ich fände es komisch, wenn man es nicht anspricht. Wir hatten gerade eben bei Eerie, als wir das aufgenommen haben, da war das irgendwie gerade so zwei, drei Tage her. Und war das natürlich noch sehr, sehr frisch, der ganze Eindruck. Deswegen war es da auch wichtig, das anzusprechen. Und deswegen machen wir es heute hier bei den Cookies ja auch. Nichtsdestotrotz, ja, denke ich, kann man es auf jeden Fall trotzdem weiterhin machen. Breedstorm, wie ist dein Umgang damit? Ich denke, jeder hat einen anderen Umgang damit und keiner ist da so richtig falsch. Also wenn es für manche richtig ist, wenn sich der ganze Tag um das eine Thema dreht und sie nicht da rauskommen können, dann sollen sie es bitte machen. Das ist jetzt bei mir anders, weil sonst wirst du vielleicht auch irgendwann einfach nur wahnsinnig, wenn du das so betreibst. Aber ich denke, bei den meisten Menschen ist es auch so, dass die, ja, dass die da schon auch umschalten können, dass die auf der einen Seite sich Gedanken machen können, vielleicht zu Demos gehen, vielleicht bei Hilfstransporten etc. mithelfen, aber sich trotzdem noch unterhalten. Weil wenn du dich nicht mehr selber unterhältst oder keinen Spaß hast im Leben, dann das ist ja genau das, was jemand will auch, dass Panik entsteht in Bevölkerungen. Ja, also und es tut mir leid, da kann ich so nicht mitmachen. Aber wie ist das denn? Ihr habt jetzt vor kurzem mal zwölftes Kind gekriegt und ich weiß, es war eine große Freude für dich und deine drei Frauen. Als dann aber vor vielen, vielen Jahren dein erstes Kind geboren ist, hast du da auch diesen langfristigen Ansatz im Leben für dich entdeckt. Und falls der vielleicht vorher schon da war oder später schon da war, kannst du verstehen, dass man da auch in so ein Loch fallen kann, gerade wenn es so aktuelle Events quasi auch gibt? Ja, aber das ist ja auch gerade ein Grund, da weiterzumachen. Also das ist ja gerade ein Punkt, nicht in eine Depression oder sowas deswegen zu verfallen. Und ich sage jetzt mal, wir sitzen jetzt hier in Deutschland, wir sitzen jetzt nicht in Kiew im Keller und warten darauf, dass die, keine Ahnung, Katjuscher-Rakete in den Haus über uns einschlägt, sondern gerade hier muss man weitermachen. Hier kann man auch sehr viel unterstützen. Gerade was so Spenden, ob das Bargeldspenden sind oder auch Sachspenden ist hier von sehr, sehr vielen, sehr, sehr unterschiedlichen Anbietern was gemacht worden. Da kann man überall was machen. Aber nichtsdestotrotz, es muss ja irgendwie weitergehen. Ja, interessant. Es muss weitergehen, das Show must go on, das tut es auch bei den Comic-Cookies. Für mich muss ich sagen, sind die aktuellen Ereignisse auch absolut schockierend und da ist jedes Bild, jeder Eindruck, jede Nachricht, die ich bekomme, absolut unangenehm, ist so untertrieben. Also es ist schockierend letztlich wirklich. Mir tut es um jedes einzelne Opfer auf allen Seiten insgesamt letztlich leid, weil es bei Krieg immer nur Verlierer gibt. Da gibt es keine Gewinner, egal wie das Ergebnis irgendwann mal aussieht. Und ich muss für mich aber sagen, dass ich vor vielen Jahren irgendwann auch mal aufgehört habe, in Gänze Nachrichten zu konsumieren. Es war immer eher so, dass ich dann über Social Media und Co eher Berichterstattungsfragmente mitbekommen habe. Also klassische, keine Ahnung, Tagesschau gucken, Nachrichten-Podcast hören. Damit habe ich irgendwann aufgehört. Und als dann jetzt dann irgendwann die Pandemie halt eben vor zwei, zweieinhalb Jahren gestartet ist, habe ich dann auch angefangen mit dem Drosten-Podcast zum Beispiel. Ja, habe den gehört. Und jetzt seit einigen Monaten habe ich für mich auch diese Tagesschau in 100 Sekunden da entdeckt. Das ist tatsächlich auch eine gute Zusammenfassung, in kurzer Zeit da Dinge wahrzunehmen. Das ist immer beim Frühstück ganz nett. Dann sage ich meinem Sprachassistenten, dass er mir mal die Nachrichten vorlesen soll. Und dann fängt er halt eben genau damit an. Und das ist alles, also es ist schon irgendwie so, es zieht einen insgesamt runter. Okay, jetzt sind die aktuellen Events, die aktuellen Events. Aber dass die Welt am Untergehen ist, das ist ja eigentlich schon eigentlich, also das ist ja irgendwie schon immer so. Zumindest ist das der Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man viele Nachrichten konsumiert. Und deswegen habe ich damals damit aufgehört. Es hat schon immer irgendwo eine Bohrinsel, eine Ölbohrinsel gebrannt. Es hat schon immer irgendwo einen Regenwald gebrannt. Es hat schon immer irgendwo eine Tierart ausgestorben. Und schon immer irgendwo war die Eisschmelze in einem Ausmaß, das dermaßen bedrohlich war, dass man es eigentlich auch sein lassen können. Und im Endeffekt sind das alles Punkte, die einem halt und mir persönlich natürlich auch durchaus diesen Dämpfer geben können. Und wo man sich dann fragt, hier, also eigentlich ist ja auch sinnlos. Und ich bin tatsächlich für mich ganz persönlich privat. Und wie gesagt, ich habe Nachwuchs und bin da eigentlich auch tendenziell, wünsche ich denen das Beste. Aber ich habe für mich persönlich schon festgestellt, okay, es ist ja schon jetzt so, dass wir in unserer Generation absehen können, dass das alles nicht mehr so einfach ist. Also wir sehen es beispielsweise gerade in den Benzinpreisen. Das ist nur eines von vielen Aspekten. Wir sehen es an Lebensmittelpreisen. Generell auch, was einfach die Ressourcensituation angeht. Und das ist für uns hier in Mitteleuropa aktuell in irgendeiner Form noch kompensierbar. Und trotzdem gibt es noch einen gewissen Lebensstandard, der auch weiterhin realisierbar ist. Aber ich gehe zum Beispiel aktuell jetzt für mich ganz persönlich davon aus, dass meine Enkelgeneration in irgendeiner Form, irgendeine Form von Mangel erleiden wird. Und was für ein Mangel das im Detail ist, da will ich mich nicht festlegen. Aber es könnte eben durchaus sein, dass man halt im Winter halt weniger heizt. Oder gar nicht mehr heizt. Oder anders heizt. Und dass halt so ein Auto ein absolutes Luxusgut ist. Was ja jetzt zur jetzigen Situation auch schon in diese Richtung geht. Oder viele weitere Optionen, die es da tendenziell gäbe, wenn man halt mal den schwarzen Peter an die Wand malen möchte. Und die Situation, die habe ich halt wie gesagt auch schon vor der Pandemie oder diese Wahrnehmung vor der Pandemie und vor dem Krieg gehabt. Und deswegen ist es für mich vor allem letztlich wirklich dieser stumpfe, eskapistische Gedanke, der mich hier in diese TM-Comic, aber eben auch, wie du wirst vom Telestand durch auch zum Thema Film halt eben treibt. Und ich lasse mich einfach gern mal ablenken. Ich lasse mich gern mal zwei, drei Stunden aus der Welt rausnehmen und nicht mal auf andere Gedanken bringen, weil mir das schlichtweg gut tut. Ich kehre ja dann in diese Welt zurück und nehme weiterhin an ihr teil. Aber wenn ich in so einem Kinosaal sitze und mir wird da irgendwas um die Ohren geballert, was mich mal komplett rausreißt, das tut mir ganz persönlich absolut gut. Und sowohl bei Comics als auch bei Filmen ist das ja so, dass die Auswahl an Dingen, die wir nutzen können, um hier eskapistisch unterwegs zu sein, dermaßen groß ist, erschlagend groß, dass ich das so ein bisschen für eine gute Idee halte, da einfach Hinweise weiterzugeben, wie wir das hier auch tun mit unseren Besprechungen von den Comics, was man jetzt eher links liegen lassen kann und was eher nicht. Denn machen wir uns nichts vor, allein schon mit den neuen Comics, die wir jetzt heute wieder besprechen werden, da ist schon so viel dabei, dass das wahrscheinlich die meisten unserer Hörenden so durchschnittlich gar nicht alle, zumindest theoretisch schon gar nicht alles gelesen haben könnten, bis zur nächsten Ausgabe. Ja und insofern halte ich es so ein bisschen für meine, für unsere, was nicht Pflicht, aber es macht mir halt Spaß, meine Meinung über solche Dinge kundzutun und damit vielleicht so ein bisschen, ja, einfach Optionen aufzuzeigen, was geht, was gibt's, was gibt's nicht, was ist mal einen Blick wert und was nicht, was könnt ihr auch links liegen lassen und, ja, daraus vielleicht dann irgendwelche Trends auch abzuleiten. Wir wissen, das Papier wird auch nicht billiger, vielleicht muss man auch nicht alles kaufen, was man kaufen kann. Ja, also rein eskapistischer Gedankenansatz, den ich da hab, sehr viel komplizierter wird's da von meiner Stelle auch nicht, weil wenn ich den nicht hätte, dann sähe es dunkel aus. Das wär nicht so schön. Das ist ja auch das Gute an sämtlichen Medien, sei es eben gesagt Film, Comic, aber auch Musik oder sonst irgendwas, das kann ja sehr gut auch einfach als Gefühlsverstärker dienen, man kann sich unterhalten lassen, man kann sich aber auch traurigen Gefühlen hingeben oder ernsteren Gefühlen oder sich mit Filmen beschäftigen, die einem zum Nachdenken anregen, die einem was über die Welt erklären oder sonst irgendwie, das ist ja alles vollkommen möglich und ich finde es auch interessant, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was du gerade gesagt hattest, Andi, aber es brachte mich dann auch so zu dem Gedanken, dass es tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, für mich das Podcast machen eben auch so eine wichtige Stütze ist in so einer Zeit und das kann für Hörende genauso gelten. Also ich weiß das ja auch, ich höre ja auch viele Podcasts und das ist dann auch gerade in so einer Zeit teilweise einfach eine gute Sache, wenn man weiß, ich habe da so verlässlich, einmal die Woche kommt von meinem Lieblings-Podcast oder so eine Folge raus, die ich dann eine Stunde lang hören kann, wo ich dann eben nicht drüber nachdenke, dass die Welt untergeht. Ich glaube, Breedstorm, du wolltest gerade noch was sagen? Nö, eigentlich nicht. Es klang so, es hatte ich falsch gehört, dann war es vielleicht jemand anders. Diese Podcasts, wenn die jetzt dauerhaft auf dieses Thema umschwenken würden und da habe ich jetzt einen Podcast im Sinn oder genau genommen zwei oder drei, die haben sich halt dann von jetzt auf gleich sehr explizit mit Pandemie beschäftigt. Beispielsweise jetzt der sehr beliebte NDR-Podcast hier von Drosten. Drosten oder Drosten? Drosten, ne? Ich sage mal Drosten. Drosten. Alles klar. Drosten, jetzt auch verwirrt. Sehr gut. Genau wie bei Bernd und Björn. Gut, sei es drum. Auf jeden Fall den oder eben auch UKW ist ein Podcast, den macht der von mir sehr geschätzte Tim Pridlaff und da ging es lange um Brexit und dann seitdem es nicht mehr um Brexit geht, geht es halt jetzt um Pandemie. Und das sind so Podcasts, da habe ich reingehört, weil ich die Leute interessant und spannend finde, aber das war dann irgendwann so erdrückend, ich konnte es dann nicht mehr hören. Ich habe es abgebrochen. Jetzt hast du gemeint, du hast selbst viele Podcasts. Hast du dein Podcast-Konsumverhalten und vielleicht auch die Auswahl der Podcasts in den letzten zwei, drei Jahren geändert? Ja, aber das hängt wahrscheinlich nicht so sehr irgendwie mit Pandemie zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Podcasts ihre Inhalte an die aktuellen Lage irgendwie verändert oder angepasst hätten, was mich dann dazu gebracht hat, was anderes zu hören. Mit Ausnahme, ich habe angefangen, die Lage Nation zu hören, wo du gesagt hast, du hast auch angefangen, so ein paar Nachrichten-Podcasts oder so zu hören. Ich habe irgendwie relativ zu Beginn der Pandemie dann so irgendwann mal so eine Phase gehabt, wo ich dachte, ich muss mehr Nachrichten konsumieren, ich muss mich mit irgendwas beschäftigen und habe dann Lage Nation angefangen, habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr gehört. Aber es hat tatsächlich einfach mein Fokus ist in den letzten zwei Jahren hat sich ein bisschen verändert. Das ist aber eigentlich schon im Jahr davor teilweise auch schon passiert, als wir unterwegs waren, dass ich nicht mehr alle Podcasts so angehört habe, die ich die Jahre davor angehört habe. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein ganz dummes Beispiel, aber ich habe jetzt die letzten paar Wochen und Monate wieder sehr viel mehr Comic-Podcasts angehört, und weniger Film-Podcasts. Das ist bei mir dann aber auch gerne einfach mal so ein, ja, wo weit beschäftige ich mich gerade mehr, wo liegt mein Fokus gerade mehr und dann, weil es einfach so viele Podcasts sind, dass ich nicht alle davon anhören kann, höre ich halt mal zum Beispiel Junk Food Cinema, so einer seit vielen Jahren einer meiner Lieblings-Podcasts und dann gibt es dann halt mal eine Phase, wo ich dann halt acht Wochen lang nicht die neue Folge anhöre, weil ich mich gerade mit was anderen beschäftige und dann hole ich die halt dann irgendwann nach, so zum Beispiel. Wie gesagt, ist jetzt nicht weniger, also die Podcasts haben jetzt nicht angefangen, plötzlich alle nur über den Krieg zu sprechen, das ist es nicht. Da sind meine Podcasts wahrscheinlich zu banal dafür. Ja, mich würde wirklich mal interessieren, was unsere Community dazu sagt, unsere Hörenden und das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich denke, das ist ein Thema, da, also wenn ihr jetzt, wenn unsere Hörenden jetzt den Eindruck hätten, wir sollten das tatsächlich immer mal irgendwie so, ja, sind wir ein Comic-Podcast, sollten wir sowas einstreuten oder sollten wir vielleicht gar nicht auf sowas eingehen, sollten wir zeitunabhängig sein, die Comics, die wir besprechen, sind teilweise auch 10, 20 Jahre alt, also sind unsere Podcasts ja irgendwie auch relativ zeitunabhängig und vielleicht ist das ja dann sogar ein Fehler, so aktuelle Dinge anzusprechen, das weiß nicht, mich würde wirklich mal sehr interessieren, was ihr davon haltet. Gerne auf unseren Social-Media-Plattformen oder in der Telegram oder in der Signal-Gruppe. Kurzer Hinweis vielleicht, den können wir tatsächlich gerade mal einwerfen, ich übernehme das mal ganz kurz. Die Website Comic-Community, die gibt es nicht mehr lange, oder Breedso? Nee, der Steffen hat jetzt festgestellt, dass er das nicht mehr machen möchte und bietet das jetzt so ein bisschen Pfeil. Man könnte das machen, wenn man das wollte, man muss aber nicht. Weshalb wir auch auf jeden Fall schon bald nicht mehr über diese Webseite zu erreichen sein werden und auch die E-Mail-Adresse wird sich daher höchstwahrscheinlich ändern. Wie und wo genau, da gibt es leider noch nichts Konkretes, was wir hier andeuten können, behaltet da bitte einfach mal die Show-Notes im Blick. Oder eben die Telegram-Gruppe. Genau. Das Social Media, Telegram und Signal bleibt ja in der Form auf jeden Fall bestehen, da ändert sich nichts. Schön. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir das aktuelle Thema jetzt mal abgeschlossen. Ich denke, wenn tatsächlich irgendwie sowas ist, würden wir in Sicherheit, mit Sicherheit in Zuge für die Folgen vielleicht auch mal irgendwie was dazu sagen. Jetzt nicht zwingend, wir werden jetzt kein Nachrichten-Podcast werden, aber ich finde es jetzt einfach, wir sind ja trotzdem irgendwie Menschen. Und ich finde es ja schon dann irgendwie auch wichtig, dass wir irgendwie, wenn was uns bewegt, vielleicht auch irgendwie mal mit erwähnen. Das hat teilweise ja auch durchaus mit Einfluss auf die Comic-Auswahl. Also wir haben heute Comics mit dabei, die sehr aktiv darauf ausgewählt sind, dass jetzt gerade Krieg in der Ukraine ist. Also auch da ist schon auch in der Vorstellung in Bezug zu aktuellen Themen da. Aber wir wollen jetzt dann mal wirklich in Medias Res gehen und Comics besprechen und wie immer sagen wir vorne ab erst mal, um welche Comics es in dieser Folge denn auch wirklich gehen wird. Breedstorm, fang doch mal an, was hast du heute dabei? Ich habe dabei Suite Francaise Sturm im Juni von Emmanuel Moinot und Fairweather von Joe Matt. Breedstorm ist weiter dabei, das Gesamtwerk von Joe Matt in diesem Podcast zu besprechen. Patrick, was hast du heute dabei? Ich habe einmal Punisher in Space und von Gabriel Barr und Fabio Moon Daytripper. Andi, was hast du mitgebracht? Auf Twitter habe ich gefragt, was ich heute besprechen soll und die Community mit stolzen zehn Stimmen hat entschieden, dass es sein wird einmal Tubab erschienen bei Reprodukt und zwischen zwei Tönen erschienen bei einem Verlag, von dem ich noch nie gehört habe, Wohland und Quist. Ja, meine Stimme bei der Abstimmung ist verloren gegangen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der für etwas anderes gestimmt hatte. Ich habe heute dabei Space Usagi und dann breche ich ein bisschen aus aus dem Format. Wir haben ja eigentlich so die Regel, dass jeder von uns zwei Comics vorstellt. Ich habe jetzt aber drei dabei, weil ich als zweites Thema quasi ein Double Feature, ein Diptychon habe und zwar habe ich von EGOT zum einen Berichte aus der Ukraine und den Band Berichte aus Russland. Legen wir los. Breedstorm, deine erste Vorstellung bitte. Ja, wir hatten es so schön mit dem Thema Krieg, deswegen fange ich auch mit dem Sturm in Juni an. Das Ganze ist erschienen beim Verlag Jacoby und Stuart aus Berlin und zwar im Jahre 2015 schon. Ich habe es jetzt erst gekauft, weil der liebe Patrick auf eine Aktion bei Jokers.de hingewiesen hat. Das ist so ein Buchversand, die irgendwie die Buchpreisbindung umgehen und da teilweise sehr gute Comicangebote haben und einer dieser Angebote, die ich mir da geschossen habe, ist eben das Suite Francaise. nach dem Roman von einer Frau Irene Nemirovsky. Was man dazu wissen muss, die Irene Nemirovsky ist Jüdin und hat während der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Frankreich gewohnt und hat mitbekommen, wie die Franzosen so auf die Deutschen reagiert haben, aber auch so, wie sie auf die jüdische Bevölkerung von Frankreich so eingegangen sind zu dieser Zeit und man kann sich vorstellen, das Ganze ist dann zu einem Bestseller geworden, den der Emmanuel Moenot grafisch dargelegt hat und ja, was soll man zu seinem Stil sagen, er ist ein Schüler Tardis und genau wie Jacques Tardis sieht sein Stil sehr, sehr ähnlich aus, was man da so hat, bloß dass Tardier sehr oft was über den Ersten Weltkrieg gemacht hat und diese Geschichte sich jetzt um den Zweiten Weltkrieg dreht, nämlich mit dem Angriff der Wehrmacht auf Frankreich. Wir haben mehrere Familien, die in dieser Geschichte vorkommen, die sehr großräumig auch am Anfang beschrieben werden, was aber auch dringend nötig ist, weil es halt sehr große Familien sind und alle Familien haben was Gemeinsames, sie machen sich auf die Flucht, denn sie merken, die Wehrmacht kommt langsam natürlich von Osten nach Frankreich rein und jeder nimmt Kind und Kegel und flieht davor und das ist natürlich wieder eine sehr interessante Parallel jetzt zur Ukraine, weil da ja auch jetzt diese Fluchtbewegung stattfindet, bloß zu dieser Zeit hat natürlich niemand irgendein Smartphone gehabt, sondern man musste sich auf Rundfunk durchsagen oder wer hatte vielleicht auf den Fernseher verlassen, was aber noch eine absolute Seltenheit war und so erlebt man diese Flucht vor der Wehrmacht, die sehr schnell gehen musste, weil die Wehrmacht ja auch im Zweiten Weltkrieg in Frankreich rein sehr schnell vorwärts kam, erlebt man halt diese Flucht und auch alle menschlichen Höhen und Tiefen, die sich aus so einer Flucht ergeben können, also da geht es zum Beispiel darum, Benzin ist ein entscheidendes Thema, ein paar Leute haben Autos, aber wie lang hilft dir das Auto, wenn das Benzin begrenzt ist und das vielleicht für die Armee benötigt wird, Essen ist ein ganz ganz wichtiges Thema, wir haben Familien, die sehr wohlhabend sind und die glauben, sie können sich mit ihrem Geld alles kaufen und da werden die Lebensmittelpreise aber sehr sehr schnell sehr sehr hoch und auch der Umgang miteinander ist dann nicht ganz so gut und auch die Flüchtlinge untereinander gönnen sich dann auch schnell mal nichts, weil jeder dann in dieser Situation als erstes natürlich an seine eigene Familie denkt und ja, es werden sehr sehr viele menschliche Tiefen auch im Umgang mit der jüdischen Bevölkerung von Frankreich beschrieben und ja, insgesamt ein sehr sehr interessantes Buch, weil das auch so eine Phase aus dem Zweiten Weltkrieg, die mir jetzt nicht so bekannt war, immer nur die andere Richtung, also man kennt die Berichte von dem Angriff auf Frankreich, aber was sich da innerhalb von Frankreich getan hat, wie ist es zum Beispiel mit Kollaborateuren gewesen, ja, also die Wehrmacht ist in ja verschiedenen Ländern Frankreich Europas einmarschiert und in nahezu allen Ländern gab es irgendwelche Leute die gesagt haben, oh das ist jetzt aber eine günstige Sache, um da jetzt mit denen was mitzumachen, um selber irgendwie an Macht zu kommen oder die selber vielleicht schon faschistoid unterwegs waren und so war das natürlich auch in Frankreich, wir erinnern uns an die Vichy-Regierung, also da hat man sich ja komplett angepasst zu der Zeit und auf diese und andere Fakten geht dieser Band ein. Das ist jetzt natürlich wieder was für den geschichtsinteressierten Leser, der sich auch auf so eine Sache einlassen kann und auch da wäre jetzt natürlich wieder die Frage, muss man das jetzt gerade jetzt lesen und ich finde ja genau gerade jetzt muss man das lesen, weil man Geschichte nur verstehen kann, wenn man auch die Vergangenheit irgendwie kennt, ja, also das gewisse Muster sind in jedem Krieg gleich und also für mich führt daran gar kein Weg dran vorbei, sich auch mit sowas in so einer Zeit, wo wir einen Krieg in Europa wieder haben, zu beschäftigen. Für einen schmalen Thaler zu haben auf jokers.de hast du wieder einen guten Spartipp bekommen, ich stimme da komplett zu, was du gesagt hast, dass man sich eben dann auch mit solchen Themen dann auch im Comic beschäftigen kann, ich habe ja dann auch noch welche dabei aus der Sektion Andi, ich vermute mal, du hast genauso wie ich wenig Ahnung von dem Thema, das dieser Comic bespricht. Auf jeden Fall, ich bin gar nicht drin, sagt mir nix, finde ich tatsächlich aber gerade irgendwie spannend, ich müsste es vom Artwork her jetzt ein bisschen abhängig machen, weil ich gerade für mich, das werden wir heute auch mal thematisieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei solchen geschichtlichen Sachen, es muss mich in irgendeiner Form auch ansprechen und das ist ein gutes Beispiel für, wir müssen uns mal vor Ort treffen und gegenseitig in den Comics blättern, während dessen wir sie uns vorstellen, weil es hier gerade mit Artworks in meiner sieht schlecht aus, ich finde doch, da habe ich eins in der Highlight Zone, liebe Grüße an Heiner, ja, sieht gut aus, also keine Ahnung, müsste ich gucken, ist es sehr textlastig? Ja, mittel, also du kannst jetzt nicht mit einem Wolverine-Comic vergleichen, wo halt zwei Wörter auf einer Kampfszene von drei Seiten drauf sind, sind schon viele Dialoge, aber nicht nur Dialoge und ja, ist natürlich alles schwarz-weiß gehalten, das ist klar, wie Tadi das ja auch sehr oft gemacht hat, aber es passt halt auch sehr gut zu der ganzen Stimmung, ist ja eher so Trauer, Zorn und da passt das mit dem Schwarz-Weiß sehr gut, finde ich. Ich sehe gerade es erschienen bei Jakobi und Stuart, hat da schon mal irgendwer was von gehört, im Zusammenhang mit Comics? Vor diesem Kauf noch nicht, ich hatte auch noch andere von denen gekauft, die ebenfalls günstig zu haben waren bei Jokers, mal sehen, was die taugen, aber das ist von der Machart her, wenn du das so sehen würdest, würdest du sagen, es ist von Reprodukt, so in der Art. Scheint einen Geschichtsschwerpunkt zu geben, ich bin gerade auf deinem Website und im Bereich Comics und Graphic Novels haben die hier definitiv einen Geschichtsschwerpunkt. Ja, machen halt auch viel Kinderbücher, habe ich gesehen beim Durchschauen. Mit solchen Geschichtsschcomics können wir später nochmal zwei, drei Aspekte mitbesprechen, wenn ich dann meine Sachen vorstelle, die mich da an dem Band jetzt noch interessieren würden, aber das verschiebe ich dann auf später. Patrick, interessiert dich der Band? Wie ihr es schon gesagt habt, Geschichte wiederholt sich, deswegen müsste ich das auch mal lesen, vor allem für den Preis werde ich da wahrscheinlich nicht drum rum kommen. Cool, dass ich dir mal einen Tipp gegeben habe, auf den ich selber nicht gehört habe. der ist so billig, ich muss den kaufen, hast du das gerade gesagt? Nein, nein, das ist so ähnlich. Okay, das nicht, sondern eher, dass das sehr tagesaktuell war, zu dem Zeitpunkt, als ich das empfohlen habe, okay, da hat sich das auch schon abgezeichnet, aber jetzt wurde es eben sehr von der Realität angeholt. für die, die ganz lesefaul sind, die können sich auch einen Film dazu ansehen, den es seit 2014, habe ich glaube ich gelesen, gibt, allerdings ist der untertitelt mit Suite Francaise Melodie der Liebe, ja, also, ist auch interessant, wie unterschiedlich so die, Wie war der deutsche Titel nochmal zu dem Comic dann? Melodie der, nee, Sturm im Juni. Naja, ist ja fast das Gleiche, Ja. Es kommt auf die Liebe an, es kann dann auch Sturm im Juni sein. Okay, Patrick, stell doch mal deinen ersten Comic vor. Also, Breedstorm, Anni und ich haben uns letzte Woche getroffen, da hat Breedstorm mir eine Serie empfohlen, ich nenne jetzt mal nicht den Titel, könnt ihr dann in der Community spekulieren, welche das war, die hat mich sehr genervt, also hatte ich Bock auf richtig Stumpf Unterhaltung, dann bin ich ins Regal, und hab mir Punisher in Space gegriffen und im Prinzip ist das eine What-If-Story, nur ohne, dass das die Beobachter erzählen, beziehungsweise Watu, der Beobachter, hat einen Grund, den will ich nicht spoilern, wie es bei Punisher What-If-Stories eben so ist, da hat jemand anderes dann eben seine Familie umgebracht und er meuchelt sich dann durch die Galaxis durch, um dann die Drahtzieher hinter all dem umzubringen und dabei stößt er eben zum Beispiel auf den Hulk, auf Doc Ock im All, also die haben alle so eine überarbeitete Space-Version und wurde interessant gezeichnet also mit einem etwas realistischeren Stil von Mark Texairer und wie er das macht, das ist ganz interessant und mit der ganzen technischen Ausrüstung anscheinend mildert bei mir das Blätter so ein bisschen so dieses nervige ab, also ich hatte damit mal einen Spaß, auch wenn ich nicht unbedingt sagen kann, das ist die beste What-If-Story oder das ist der beste Punisher-Comic, da gibt es einige von Garth Ennis, die da mehr in eine interessantere Kerbe und tagesaktuelle Kerbe schlagen würden, aber er macht Spaß und wenn man mal auf Stumpfunterhaltung aus ist, ist das eine angenehme Zerstreuung. Das kennt man ja auch so aus verschiedenen Franchises, gerade auch so im Horror-Genre, ab irgendeinem Teil kommt dann immer das In-Space, Jason in-Space und Leprechaun in-Space, Hellraiser in-Space und was weiß ich, also da erwartet man ja selten das beste Kapitel eines Franchises, aber man erwartet was Spaßiges, also wenn was Punisher in-Space heißt, dann erwarte ich da auf jeden Fall einen großen Spaß, einen ulkigen Klamauk, möchte man fast sagen, wenn der Comic das zu sein und das in einer ansprechenden Grafik und anscheinend ja auch abgeschlossen in einem Band, dann ist ja der Titel erfüllt quasi, also wenn Trash draufsteht, dann soll auch bitte Trash drin sein. Breedstorm Punisher in-Space, was würdest du erwarten und würdest du es lesen wollen? Ja, also ich bin dann doch eher bei dem Boden ständigeren Punisher und Sachen, die gefallen mir dann doch besser, die alten von Ennis, auch Frankencastle und solche Sachen, die einfach zu drüber waren, da hat es mich leider so ein bisschen verloren. Verstehe ich. Andi, Punisher in-Space, hast du es schon gelesen? Nein, ich bin ja auch jetzt nicht so der Marvel-Typ, für mich ist ein Marvel-Comic zu lesen immer ein Experiment, jetzt würde ich ja, ich muss gestehen, ich sage es jetzt ganz offiziell, ich habe auch die Punisher-Serie auf Netflix bis heute nicht geschaut und habe das irgendwie noch vor und mal gucken, wenn ich irgendwann mal ganz zu viel Zeit habe, dann mache ich das auch, weshalb mich jetzt eher noch interessieren würde, ob das, also vermutlich ist die Serie deutlich bodenständiger als in-Space-Comics, oder Patrick? Auf jeden Fall, aber es hat auch schon einen sehr, sehr abgedrehten Twist und sagen wir es mal so, es wird hier trotzdem kosmisch, also nicht nur durch das Abheben in die Galaxis. Wahrscheinlich hätte ich die Netflix-Serie gesehen, wenn es in-Space gewesen wäre. Vermutlich, ja. In-Space soll ja sehr gut sein, ne? Andi soll ja sehr gut sein in Space-Comics. Ich habe nur die erste Folge von der Serie gesehen, aber. Grad, Jason X, einer der besten Jason-Filme. Ne, die Serie mag ich sehr, diese Netflix-Serie, ist halt aktuell nicht offen. Netflix, die wird die Tage dann wahrscheinlich irgendwie auf Disney Plus wandern und dann wird man auch entscheiden, wie sie mit diesen ganzen Netflix-Marvel-Serien vorgehen, ob die weitergeführt werden. John Burntale, also der Punisher von damals, hat eben Bock das weiterzuführen, aber er hat gesagt, er will einen brutalen, psychisch abgefragten Punisher spielen. Anders wird er nicht zu Disney Plus wechseln. Da wäre ich dann auch interessiert, das in der Form weiterzusehen. Ich mochte die Serie sehr. Lest Comics, ihr müsst keine Serien sagen. Aber wisst ihr an wen, der mich erinnert? Wenn ich hier gerade die Artworks so durchklicke, ich finde, der sieht schon ziemlich aus nach Dwayne The Rock Johnson hier in den Artworks. Stimmt's mir dazu, Patrick, oder ist das nicht so? Bisschen, inklusive dem Pferdeschwanz und da sein bisschen Bulliger geworden ist, ja. Nur, dass The Rock eben mehr auf kinderfreundliche Unterhaltung setzt seit einigen Jahren, das wird er mit seinem aktuellen Image nicht mehr drehen können. Also, wenn mir der Band mal in die Hände fällt, ich finde es auf jeden Fall ein guter Titel und einen Blick wert und wenn es gut genug aussieht, dann kann das, glaube ich, einen lauen Sommerabend versüßen. Ja, ich habe heute auch noch was in Space, das wissen wir. Gut, dann Andi, leg ich los. Leg ich los. Dein erster Comic. Das ist einer von zwei Comics, die ich die Tage digital von Reprodukt zugeschickt bekommen habe. Bzw. das klingt immer so, eigentlich ist das gar nicht so. Ich kriege einfach eine E-Mail und dann kannst du dir durchlesen, das sind halt die Werbe-E-Mails im Comic und da ist unten ein Link und dann kannst du dir das Ding halt als PDF runterladen, mache ich auch, weil ich alles haben muss und dann lese ich es manchmal sogar auch und in dem Fall war das was, da hatte ich irgendwie Bock drauf und glücklicherweise habt ihr auf Twitter euch auch entschieden, dass ich den vorstellen soll und nicht etwa den Comic Kein anderer von Reprodukt, den ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Die Rede ist hier und jetzt von 2BUB, zwei Münzen von Nouria Tamarit. Nouria Tamarit kannte ich jetzt also nicht unbedingt und das ist auch das erste, was sie bei Reprodukt veröffentlicht. Ich kann aber sagen, dass es auf jeden Fall mal geiler Scheiß ist und ich habe hier auch gerade irgendwo was gehabt zur Künstlerin selbst. Die ist 93 geboren, Illustratorin und wohnt in Spanien und die hat auch schon einen Preis gekriegt als beste Newcomerin für genau diese Graphic Novel, nämlich äh, nee, für Avery's Blue erhielt sie 2017 diesen einen Preis, den Hero, auf der Heroes Comic Con Madrid, weißt du Bescheid? Und 2019 hat sich für den, den ich jetzt hier vorstelle, einen bekommen, den müsste ich jetzt auf Spanisch aussprechen, den tue ich aber nicht. Also, ist auf jeden Fall ein ganz beliebtes Ding. Worum geht's? Es geht hier um die liebe Ma. Ma ist Teenagerin und kommt aus Frankreich und die fährt zusammen mit ihrer Mutter nach Afrika. Genau genommen geht es hier, glaube ich, nach Süd, ne, quasi in den Senegal geht's und dort hat sie eine humanitäre Mission zu erfüllen und ihre Mutter ist dort quasi mit dem Bau eines Hauses beschäftigt. Was genau für ein Haus das ist, das kommt ganz am Ende erst raus, ist eigentlich auch irrelevant, weil wir letztlich eigentlich gar nicht so diese Mission begleiten und die Aufgabe der Mutter begleiten, sondern vielmehr den Alltag der Teenagerin Ma, die sich dort nämlich auch mit den lokalen ja einfach Leuten anfreundet und da Geschichten erlebt. Und das Ganze hat schon den für mich doch irgendwie sehr wichtigen roten Faden, weil immer irgendwie dieses Haus, das da gebaut werden muss, letztlich so das ist, was uns klar macht, dass hier irgendwie ein Fortschritt ist. Aber eigentlich geht es darum, dass wir ein bisschen die senegalesische Kultur vermittelt bekommen und auch die, wenn man so will, Sonderbarheiten, Sonderbarkeiten, ich glaube Keiten, richtig, die die Ma dann so wahrnimmt, dass sie uns hier die geschildert bekommt. Also unter anderem die Frage des Eigentums, die ist hier sehr wichtig. Das sind alles für westliche Verhältnisse, da im Senegal, da wo sie ihr Haupt, wo dieses Haus gebaut wird, sind es nämlich verhältnismäßig arme Schweine. Man könnte jetzt sagen, die haben ja nichts, die leben ja, die sitzen auf dem Boden und die haben eigentlich kein Eigentum, die haben keinen Besitz in dem Sinne. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was für die eigentlich Besitz ist, dann geht es denen doch nicht so schlecht. Bestes Beispiel sind die Flipflops von Ma, die eines Tages weg sind. Sie steht auf, will ihre Flipflops anziehen, weil alle tragen da Flipflops, ist ja halt auch mega warm und plötzlich sind die weg und im Gespräch mit einer der Personen dort vor Ort kommt raus, hier, diese Flipflops, die hat sich halt irgendjemand anders genommen, weil er für den Tag Flipflops braucht, die Person und du kriegst die schon wieder, keine Sorge, nimm dir doch irgendwelche anderen Flipflops, die du findest. Was einfach den Hintergrund hat, dass Besitz etwas ist, das der Gemeinschaft gehört und nicht der einzelnen Person. Das heißt, es sind nicht in dem Fall ihre Flipflops, sondern es sind eben die Flipflops, das in dem Fall Dorf ist, das sich halt daran bedient und wer gerade Flipflops braucht, der nimmt sie sich eben. Man isst zusammen, man tanzt zusammen und man, ja, interagiert miteinander und das auf eine super angenehme und auch freundschaftliche Art und Weise ist natürlich hier auf Deutsch geschrieben. Sie selbst, die Ma, ist ja Französin, das heißt, keine Ahnung, also sie wird dann Französisch sprechen und es ist schon spannend, dass relativ viele von den Senegalesen, die sie da trifft und ich glaube, da ist sogar, aber da weiß ich nicht, wie die Amtssprache ist, aber ich glaube, Französisch ist denen auch nicht ganz unbekannt. Die sprechen alle Französisch mit der. Ich gucke hier gerade mal, ob es auf der Wikipedia eine Amtssprache gibt, die mir hier um die Ohren gehauen wird. Da Amtssprache Französisch, bam, praktisch. Also die reden alle mit der und die sind auch total offen. Sie selbst muss sich nämlich erstmal davon abkapseln, die Ma, dass sie halt jetzt hier kein Wi-Fi mehr hat, dass sie auf Social Media nicht mehr unterwegs sein kann und das ist halt einfach ein Kulturschock, eine Umstellung für sie und die wird aber verhältnismäßig sympathisch präsentiert. Insgesamt geht es wie gesagt darum, dass man halt hier so ein paar Eindrücke von dem Ort und den Menschen kriegt. Das Ganze wird auch mit einem Artwork präsentiert, das wirklich sehr ansprechend ist. Wir haben beispielsweise eine Marktszene mit Nahaufnahmen von dem Gemüse, das es da dann gibt und von dem Obst, das sieht toll aus. Auch die Kleidungen, die die Leute da tragen, das sind alles halt bei den Frauen irgendwelche Röcke in tollen Mustern. So wie man sich das vielleicht auch vorstellt, wenn man keine Ahnung mal auf einem afrikanischen Festival war oder da irgendwie einen Bezug zu hat. Mir scheint, als wäre das jetzt hier nicht einfach nur so, dass sie das aus traditionellen Gründen oder aus touristischen Gründen tragen, sondern weil das eben wirklich da allgegenwärtig ist, solche tollen Gewänder mit tollen Mustern zu tragen. Das ist ein sehr eingängiger, ein sehr emotionaler und auch ein sehr persönlicher Comic. Das ist jetzt ja keine Biografie in dem Sinne, aber man ist schon sehr nah dran an der Mar und an ihren Eindrücken und ja, auch an den Gefühlen, die sie hat. Wenn es zum Beispiel auch um die Frage geht, wie schütze ich mich hier eigentlich vor den Krankheiten, die hier in der Luft von den Lücken übertragen werden? Nehme ich da jetzt die Medikamente oder nehme ich sie nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Welche Ängste hat sie? Vielleicht auch, ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es gibt auch keine Toiletten, also es gibt nur Löcher, es gibt keine richtigen Duschen, aber es gibt Eimer und all das sind so Dinge, die werden aber sympathisch und nicht abschreckend präsentiert und die ein oder andere Verwunderung, die die Protagonistin und die Lesenden da parallel quasi wahrnehmen, entpuppt sich dann letztlich irgendwie als eine gute Sache. Und deswegen ist es ein Comic, den ich sehr empfehlen kann, der ist mit gerade mal 20 Euro für 128 farbwäge Seiten auf jeden Fall auch bezahlbar, wie ich finde und kriegt von mir einen Daumen nach oben. Ist übrigens unterstützt worden vom, keine Ahnung, Program Creative Europe Media der Europäischen Union, also sicherlich auch irgendwas zum Thema Völkerfreundschaft und Völkerverständigung. Ich habe da jetzt auch mal reingeschaut in die Leseprobe auf der Verlagsseite, mich spricht das sehr an und das, deine positive Besprechung verstärkt es jetzt auch nochmal, also ich finde das sehr interessant. Ich habe ja gedacht, du stellst einen anderen Comic vor, du hattest in deiner Twitter-Umfrage ja nur Tubab geschrieben, zwar dann den Verlag noch in Klammern, aber bei dem Comic Tubab dachte ich an Tubab im Senegal von Patrick Bonato, der letztes Jahr im Luftschacht Verlag erschienen ist. Das ist glaube ich ein Münchner Comiczeichner, glaube ich, weil mir der jetzt irgendwie die Tage über andere Wege so unterkam und als ich dann in deinem Tweet Tubab gelesen habe, dachte ich mir, ja, ja, habe ich ja neulich gehört, das ist ja dieser Comic von dem Deutschen. Offensichtlich nicht, aber sehr interessant. Wenn man nach Tubab Comic sucht, dann tauchen natürlich auch beide Comics irgendwie auf. Doch, fand ich jetzt gerade sehr spannend. Patrick, bist du interessiert an Tubab? Mich spricht das Artwork schon mal ziemlich an und dabei dann dieses ganze Zeug dabei zu lernen, ja doch, das sieht sehr spaßig aus, wenn man das bei der Art Comic sagen kann. Breedstorm lernt ja auch gern was, wenn er Comics liest. Interessiert dich Tubab? Ja, also, als ich die Umfrage gesehen habe mit Tubab, dachte ich, ja, Tubab, der ist doch 1996 erschossen worden, ist das eine Biografie? Aber jetzt, wo ich gelernt habe, das ist was anderes, ja, also ich würde mal reingucken, es fixt mich jetzt nicht sofort an. Das ist die Wahrnehmung des Heavy-Metalers von Hip-Hop. Da kommen dann solche Verwechslungen bei raus. Ja. Ne, klingt gut. Wenn wir bei Reprodukt waren, mache ich doch gleich mit Reprodukt weiter. Reprodukt Verlag hat mir Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt. Ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt nochmal in die ernsthafteren Gefilde und auch in die Zeitgeschichte. Wir haben hier die beiden Bände von Igort, wie gesagt, Berichte aus der Ukraine im Untertitel Erinnerung an die Zeit der UdSSR und den Folgeband Berichte aus Russland im Untertitel Der vergessene Krieg im Kaukasus. Die sind 2011 beziehungsweise 2012 im Reprodukt Verlag erschienen. Ein Jahr vorher, glaube ich, eben in Italien in der Originalausgabe. Als in den letzten paar Wochen, wir haben ja schon darüber gesprochen, die ganze Kriegssituation sich so gestaltet hat, bin an irgendeinem Punkt war es dann bei mir so, dass ich dachte, ich weiß auch irgendwie nichts über die Ukraine. Also ich bin, ich sage es ganz ehrlich, in Geografie bin ich schon mal richtig scheiße. Damit geht es schon mal los. Geografie kannst du mich vollkommen in die Tonne treten. Und dann über die Länder, also weder zu wissen, wo sie sind und dann auch über die Länder noch was zu wissen, da bin ich halt leider auch sehr, sehr eingeschränkt. Also ich weiß jetzt nicht über die gesamte Welt was und da bin ich auch irgendwie, glaube ich, immer noch so ein bisschen Kind des, also Westkind des Kalten Krieges. Gerade wenn es nach Osten geht, von Deutschland aus gesehen, bin ich also auch super schlecht. Und dann kam bei mir wieder so der Punkt, ja der Ukraine, okay ich weiß echt super wenig über die Ukraine, und dann, was haben die da für Comics? Oder gibt es da Comics? Wer macht Comics? Was gibt es für ukrainische Comiczeichner? Sowas ist in meinem Kopf dann an irgendeinem Punkt mal aufgeklappt. Und dann habe ich mal versucht, Comics aus der Ukraine zu recherchieren und das war nicht so einfach. Das, was am ersten auffloppt, ist ein Bericht vom Goethe-Institut über einen Zeichner aus der Ukraine, der in den USA gearbeitet hat und dann eben auch in der Ukraine irgendwie eigene Comics gemacht hat oder macht. Aber über diesen Bericht hinaus ist es sehr, sehr schwierig gewesen, für mich was zu finden, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ich nicht in der Landessprache suchen kann. Das würde das Ganze wahrscheinlich einfacher machen. Da kommt da tatsächlich immer so die, so eine Schriftbarriere auch dazwischen. Das ist wie, wenn man was über Comics aus Taiwan lernen will, aber nicht auf Chinesisch suchen kann. Was bei der Recherche dann schnell auffloppte, war ja der Bandbericht aus der Ukraine von Igor. Igor ist mir bekannt. Ich habe vielleicht vor Jahren mal einen seiner früheren, oder zumindest auf Deutsch früher erschienen, Comics gelesen. Da bin ich mir gar nicht so 100% sicher. Auf jeden Fall irgendwie in der Bücherei in Erlangen damals noch mal in der Hand gehabt. Hier, 5 ist die perfekte Zahl, heißt der, glaube ich. Das war, glaube ich, so mit der erste Große, der in Deutschland rausgekommen ist. Und diese Reiseberichte habe ich natürlich auch immer im Comicladen rumliegen sehen. Er hat dann über Japan auch drei Bände gemacht. Also hat diverse solche Reiseberichte gemacht. Und dann habe ich, oder haben wir dann eben bei Reprodukt angefragt, ob sie uns Rezensionsexemplare zur Verfügung stellen würden jetzt in der aktuellen Situation, damit wir das im Podcast besprechen können. Sie hatten eigentlich nur nach der Ukraine gefragt. Und dann war der Verlag so nett und hat gesagt, wollt ihr den Russland-Band nicht auch noch gleich mit dazu haben, weil der gehört da irgendwie mit dazu. Und dann schicken wir euch den einfach auch. Von daher vielen Dank da auch an Reprodukt. Also, Igort, ein italienischer Illustrator, ist schon sehr lange dabei, hat einen Haufen Comics gemacht, hat einen eigenen Verlag betrieben oder betreibt er, glaube ich, auch noch in Italien, wo er Comics aus verschiedensten Ländern verlegt, von denen er glaubt, dass die einfach auf Italienisch auch zu haben sein sollten. Und ein ganz toller Illustrator, der sehr mit Farbe arbeitet, mit, ich denke, so einer Mischung aus Aquarell und auch farbigen Stiften, aber auch natürlich in Schwarz-Weiß. Und der hat 2008, 2009, fast zwei Jahre lang in der Ukraine gelebt, hat dort Ukraine, Russland oder Teile von Russland auf jeden Fall und Sibirien bereist, ist auch in der Zeit mehrfach umgezogen, also vielleicht hat er nicht nur in der Ukraine gelebt, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, vielleicht auch in Teilen von Russland, aber jedenfalls in diesem Gebiet hat er fast zwei Jahre gelebt und dort mit Menschen gesprochen und sich Geschichten erzählen lassen und Skizzenbücher gefüllt. Also teilweise die Seiten, die in diesen Bänden drin sind, sind tatsächlich einfach wirklich aus seinen Skizzenbüchern raus, Geschichten, die er aufgeschrieben hat, Illustrationen, die er dazu gemacht hat, kleine Panel-Folgen, die er dazu gemacht hat. Und das ist ein sehr persönlicher Einblick in zum einen, ja, seine Wahrnehmung dessen, was ihm da berichtet wird, aber eben auch diese Geschichten, die ihm da erzählt werden. Also, in dem Ukraine-Band geht es sehr stark gerade um die Zeit des Stalinismus, gerade so in den 30er Jahren, als unter Stalins Herrschaft die Ukraine mehr oder minder ausgehungert wurde, als dort die russische Armee die Bauern mehr oder minder enteignet hat, dort alle, ja, landwirtschaftlichen Erzeugnisse und so beschlagnahmt hat und die ukrainische Bevölkerung sehr, sehr stark gelitten hat in dieser Zeit. Das ist quasi so der, ja, der Hauptkern dessen, was in diesem Band erzählt wird, aber das eben anhand von Berichten, von Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben. Also, Igor hat dort einfach tatsächlich teilweise einfach alte Menschen, die er so in seinem Alltag getroffen hat, sondern eine Straßenhändlerin, bei der er eben immer wieder mal vorbeigekommen ist, die er dann irgendwann mal angesprochen hat und gefragt hat, wollen Sie mir nicht Ihre Geschichte erzählen? Also, es ist ein sehr, sehr persönlicher Bezug tatsächlich dabei eben auch. Es ist also keine trockene Recherche aus Büchern oder aus dem Internet, die Igor da betrieben hat, sondern eben ersterhand Berichte. Und es sind sehr traurige Geschichten, es sind natürlich sehr grausame Geschichten zum Teil auch und man erfährt was über die Zeit, über die Zustände und Umstände Umstände in der Ukraine und auch was über die russische Herrschaft in dieser Zeit. Der Comic ist dann eben teilweise, beziehungsweise es ist teilweise so als Comic erzählt, gerade die Geschichten, die ihm eben berichtet werden, sind dann so mit einem Erzähltext der jeweiligen Person, aber dann eben tatsächlich in Panel-Folgen und auch mit Sprechblasen gestaltet. Teilweise sind es dann eher Illustrationen mit ein bisschen Text. vereinzelt sind es dann auch mal so eine halbe Seite handgeschriebener Text, einfach so wie so ein Tagebucheintrag. Also ein bisschen so eine Mischung an verschiedenen Formen, das aber sehr, sehr gut funktioniert. Es sind so etwa 170 Seiten der Ukraine-Band, der Russland-Band dann auch, die sich relativ flott lesen lassen, was aber in dem Sinne auch gar keine Kritik ist, sondern auch trotz der Schwere des Stoffes wird es einem sehr gut vermittelt und auf eine Art und Weise, die auch in Anführungsstrichen spannend ist und einem bei dem Buch auch dabei hält. Bei dem Russland-Band ist es so, im Untertitel Der vergessene Krieg im Kaukasus, die Ermordung der Journalistin Anna Politkovskaya ist also der Auslöser für Igots Recherche in diese Richtung hin. Er trifft sich mit Freunden, bekannten Arbeitskolleginnen von Anna Politkovskaya, lässt sich deren Geschichte erzählen, berichtet über die Situation in Tschetschenien, wie das tschetschenische Volk von der russischen Führung unterdrückt wird. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geiselnahme in dem russischen Theater durch tschetschenische Freiheitskämpfer, dann später die Besetzung einer Schule auch durch tschetschenische Kämpfer und all diese Anekdoten, Anekdote ist vielleicht kein guter Begriff, aber diese Ereignisse werden in diesem Comic eben auch so mitberichtet, werden in Zusammenhang gesetzt, werden in einen Rahmen gebracht, was so dahinter steckt, gerade eben in der russischen Regierung und der Unterdrückung der anderen Völker. Dieser Comic, gerade am Anfang, hat mir sehr, sehr zugesetzt. Den musste ich so nach dem ersten Kapitel auch echt weglegen, weil das sind besonders grausame Berichte über Vergewaltigung, Folterung, Unterdrückung, Morde, das ist harter Stoff. Aber es ist sehr, sehr lehrreicher Stoff. Finde ich sehr, sehr lesenswerter Stoff. Also beide Bände sind sehr lesenswert und eben auch in ihrer Gestaltung so interessant, dass es wirklich auch von dem Aspekt her lesenswert ist. Jetzt komme ich mal kurz zu dem Punkt, wo ich vorhin auch zu Breedstorm gesagt habe, dass wir nochmal auch mit Suite Francaise das vielleicht mal abgleichen können, wie dein Eindruck von dem Comic war. Mein Eindruck, den ich jetzt eben bei diesen beiden Bänden hatte und das auch so ein bisschen abgeglichen mit dem, was wir beim letzten Mal über die David Bowie Comics gesagt haben und so Biografie-Comics, das ist natürlich so ein Geschichtskomic, ist jetzt kein Biografie-Comic, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein geschichtlicher Sachverhalt dargelegt als Comic, wo wir bei den Biografie-Comics auch gesagt haben, die Kranken halt hoffen daran, dass man entweder so Fakten runterleiert oder man eben nur einen extrem kleinen Eindruck auch von der Person oder von der Geschichte bekommt. Und das ist natürlich bei solchen geschichtlichen Ereignissen auch die Gefahr, dass es sehr trocken wird. Solche Comics haben wir ja auch schon gesehen, wo es nur darum geht, quasi einen bestimmten Sachverhalt zu vermitteln, die aber dann grafisch nicht interessant sind oder schlecht gelettert sind und dann auch wirklich mehr so ein Runterleiern von Fakten sind. Und das ist bei diesen E-God-Bänden eben überhaupt nicht der Fall und ich denke, es liegt daran, dass er eben nicht nur trocken recherchiert hat, sondern dass er dann einen emotionalen Zugang und einen persönlichen Zugang zu der ganzen Thematik gefunden hat, in dem er wirklich unter den Menschen gelebt hat und mit den Menschen gesprochen hat und natürlich auch Recherche betrieben hat. Aber die Leute mehr oder minder selber reden lässt und das eben dann illustriert und es hat gar nicht den Anspruch, die komplette Historie zu erzählen, aber es gibt einem eben die Eindrücke, die beim Lesenden ein gewisses Verständnis, glaube ich, auslösen und mitgeben für diese Geschichte, für diese Situation, für die Menschen, für die Länder, dass dann bei Interesse man natürlich immer noch weiter mehr Recherche betreiben kann, dass aber trotzdem diese beiden Bände ein rundes Leseerlebnis sind, wo man nicht das Gefühl hat, mir wird zu wenig erzählt oder es werden Sachen nur angedeutet, sondern dass das wirklich ein sehr erfüllendes Leseerlebnis ist. Spaß ist da natürlich ein schlechter Begriff wieder in diesem Zusammenhang mit diesen Geschichten, aber wo man also das Gefühl hat, da habe ich was mitgenommen, da habe ich was gelesen, das hat mir was gebracht und es hat einen roten Faden auch durch das Ganze gezogen. Wie war denn das bei Sweet Francaise für dich, Breedstorm? Hast du da das Gefühl, die Geschichte, beziehungsweise auch die geschichtlichen Ereignisse, die da mit erzählt werden, sind zur Genüge da erzählt worden oder hast du das Gefühl, da nicht genug erfahren zu haben? Naja, man muss halt sagen, dass die Autorin dieses Buch von 1940 bis 1942 geschrieben hat. Sie war eine bekanntere französische Autorin, die aber jüdisch-ukrainische Wurzeln auch hatte und sie ist dann 1942 nach Auschwitz gekommen und da getötet worden. Also das Buch ist dann aber erst 2004 erschienen und war sicherlich dadurch auch ein großer Erfolg, weil man diese zeitlichen Dokumente eben halt sonst einfach mal von solchen Sachen wie das Tagebuch der Anne Frank oder anderen Sachen nicht so oft hat. Also die Basis davon ist ja eine ganz andere. Also sie kann hier jetzt nicht mehr viel selber davon erzählen, sondern das wurde halt nachträglich alles erst veröffentlicht. Zu den Berichten aus der Ukraine, ich habe das ja auch 2012 gelesen, fand ich damals auch sehr gut, weil das halt ja auch so eine, auch da wieder eine Geschichtsseite zeigt, die hier in Deutschland aus einer deutschen Perspektive selten erzählt wird. Aber du hast es vorhin gesagt, da sind auch Leute, also Stalin hat Leute verhungern lassen. Ich habe eben nochmal auf Wikipedia nachgelesen, weil ich da eine Zahl im Kopf hatte. Er hat zwischen drei und sieben Millionen Leute verhungern lassen, weil die sich nicht enteignen lassen wollten von ihm und weil er denen einfach ihr Essen entzogen hat, das Getreide. Die Ukraine war schon damals ein Kornkaner und da sind die Leute halt einfach verhungern. Die haben angefangen, Tapeten zu essen, die haben angefangen, ihre Haustiere zu essen. Und es gab auch Fälle von Kannibalismus, weil die Leute einfach gedacht haben, okay, der ist tot. Es schadet jetzt nicht, den jetzt auch nicht zu essen, weil wir haben sehr großen Hunger. Also das muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen, was Stalin auch für ein Typ war. Genau sowas wird eben in diesem Band auch erzählt. Das waren halt Sachen, die mir vorher noch nicht so im Detail bekannt waren, dass es immer mal wieder Probleme gab mit den einzelnen Sowjetrepubliken, die nicht so richtig wollten, wie man das in Moskau vielleicht wollte. Das war mir klar. Aber in diesem Detailgrad, also du hast ja auch schon ein paar Beispiele genannt, aber da geht es ja, also Folter, ja, aber es werden den Leuten Zähne gezogen oder die Gefangenen sitzen in ihrem eigenen Kot und haben nichts. Also es ist wirklich sehr detailliert und das ist was, was zum Beispiel in Russland, wie ich jetzt in den letzten Tagen gehört habe, gar nicht so aufgearbeitet wird. Also da wird immer, da gibt es keine Einbrüche, alles war immer gut, seit die Ruß, quasi, worauf sich Putin auch immer bezieht, da die ersten Flüsse runtergeschippert sind, war alles pauschal gut. Und bei diesen Geschichten mit drei bis sieben Millionen Menschen verhungern lassen, da kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist gut, aber sowas wird da halt auch aus den Bibliotheken rausgenommen und finde ich schon alles sehr schwierig, was da passiert. Geschichte wird von Siegern geschrieben und da wurde schon immer natürlich dann die andere Seite nicht weiter transportiert in den eigenen Grenzen. Ich sage noch kurz, die Übersetzung vom ersten Band, von dem Ukraine-Band, ist von Giovanni Peduto und die Übersetzung von dem Russland-Band ist von Federica Matteoni und beide sind gelettert von Celine-Marien. Andi, ich vermute, ich weiß nicht, hattest du schon Gelegenheit, in die Bände reinzuschauen? Hast du Interesse, in die Bände reinzuschauen? Tatsächlich, weil ich die E-Mails ja auch geklickt habe, ich habe beide PDFs auch hier gerade vor mir offen und mal so durchgescrollt. Ich finde vor allem faszinierend, diese Aufmachung als quasi ein Notizbuch. Es ist ja wirklich dieses Berichte-Ding kommt da halt voll gut durch. Als ob da jemand einfach sich so ein Fotobuch zusammengestellt hat oder so ein Tagebuch viel eher illustriert und hat dann daraus eben entsprechende Geschichten erzählt und es ist wirklich krass. Also was hier an, mit dem Art, was da für Hinrichtungen gezeigt werden, das ist Dystopie Deluxe. Also wirklich, boah, also man muss schon fast von einem Gewaltporno reden. Also das, oder von einem, ja keine Ahnung wie, also da gibt es ja Bezeichnungen für, die da sicherlich sehr eindeutig wären. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, ich würde es mir auf jeden Fall angucken, aber ich habe auch echt so ein bisschen so eine Angst, das ist auch nicht so ein, das muss man glaube ich in Etappen lesen, sonst macht es einen kaputt. Ja, gerade wenn auch Kinder involviert sind oder so, boah, das finde ich schon echt übel. Was ich mich noch ein bisschen frage, du hattest es gerade erwähnt und das ist natürlich völlig richtig, ja Geschichte wird von Gewinnern geschrieben. Jetzt ist das ja gerade aktuell auch so eine Sache, auch so ein Eindruck, den ich zumindest punktuell habe, dass egal um welches Thema es gerade geht, wenn es die Menschheit betrifft, man immer irgendwie nur so einen Teilaspekt der Wahrheit geliefert bekommt und nie die ganze Wahrheit, weil die ganze Wahrheit dann doch ziemlich groß ist. Hattest du hier den Eindruck, als würdest du hier ja letztlich Propaganda lesen? Würdest du hier eine sehr eindeutig negative Perspektive, also beziehungsweise ja eben in dem Fall auf die Russen sehen oder gibt es ja auch den Moment, wo das vielleicht alles ein bisschen ambivalenter ist? Also es ist natürlich jetzt aus unserer Perspektive her, ähnlich wie es der Reestorm gerade schon beschrieben hat, wirkt das Ganze eben wie die unerzählte Geschichte. Also wo der Teil dieser Parteien, die bisher stumm gemacht wurden, mal ihre Seite berichten können und es eben als sehr persönliche Geschichten sind, einfach von einfachen Menschen. Wie gesagt, der Russland-Band ist ein bisschen anders, also sie sind tonal schon auch anders. Da ist einfach auch die Geschichte, die erzählt wird, ist einfach das eine ist von Anfang der 2000er und das andere ist vom Anfang des 20. Jahrhunderts so ungefähr. Und aber gerade der Ukraine-Band, ja, es ist einfach, es ist nicht, also ich hatte nicht den Eindruck, dass es ein sehr propagandistisch gefärbtes Werk ist, sondern wirklich mehr ein Berichten, Geschichten erzählen lassen, Menschen erzählen ihre Lebensgeschichte, wie sie sie erlebt haben und nicht Politiker, nicht Historiker blicken darauf zurück und geben eine Meinung vor, sondern Igort lässt die Menschen einfach zu Wort kommen, zeichnet ihre Geschichten auf und hinterlässt damit auch so ein gewisses Denkmal für diese Menschen und ihre Geschichten. Also das ist, für mich ist es vollkommen, vollkommen gelungen, diese Bände und auch, dass es nicht beschönigt wird eben auch. Also du sagst es ja vom Reinschauen auch, dass es schon recht heftig ist und ich habe es ja auch gesagt, gerade bei dem Russland-Band, der ganze Beginn, es ist nicht leicht auszuhalten, aber das, damit muss man sich dann eventuell, also müssen ist ein hartes Wort, aber damit kann man sich dann auch schon mal konfrontieren eben mit so einer Realität und das ist ja trotzdem in der Vermittlung, es ist eben nicht Realität, es ist halt doch Zeichnung auf Papier, es sind nur Worte, wir haben das nicht erlebt, das möchte ich auch nicht und das möchte ich mir auch nicht vorstellen, wie das wäre, das selbst zu erleben. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich, finde ich gut, sich mit diesen Berichten mal auseinanderzusetzen und sowas eben sich mal erzählen zu lassen durch so ein gefiltertes Medium eben auch, um dann eine gewisse Annäherung zu haben, dessen, was da tatsächlich passiert und jetzt natürlich auch gerade in der aktuellen Situation eine Annäherung zu haben, was fühlen die Menschen jetzt eventuell tatsächlich in der Ukraine. Ja, vielleicht noch zwei Punkte, die mir gerade so auffallen dadurch, also zum einen gerade eine Erkenntnis für mich, das Werk, das Russisch, also über Russland, ist ja aus 2012 und da taucht bereits hier als Kapitelüberschrift das Wort Demokratur auf, ist also auch kein ganz neues offensichtlich, was er aber als aktuell gerne nach Verwendung findet und dann erinnert mich das Ganze ein Stück weit natürlich nur auch an den mit dem Max-Moritz-Preis ausgezeichneten Am liebsten mag ich Monster von Emil Ferris, das ja auch so wie so ein Notizbuch letztlich daherkommt und das ist ja, also es hat schon noch alles irgendwie einen roten Faden, aber hat das, das wird diesen Berichte-Aspekt, diesen viele Geschichten erzählen-Aspekt, ich will nicht von Antidok reden, wahrscheinlich noch sehr unterm Mauern, oder? Das ist wie so ein Tagebuch aufgebaut, das ist wie so ein Tagebuch. Ja genau, es ist teilweise auf den Seiten eben tatsächlich, also es ist teilweise liniertes Papier, also auch nicht nur Seiten auf denen Text ist, auch Seiten auf denen Zeichnungen sind, sind die Seiten teilweise liniert, also das gibt tatsächlich diesen Notizbuch-Eindruck da hingehend nochmal wieder. Trotzdem ist es einfach auch Grund der Tatsache, was für ein guter Gestalter und Illustrator Igort ist, es ist eine runde Sache, es sind eben nicht nur Notizen und es ist nicht fragmentiert in dem Sinne, dass es auch ungeordnet wäre, sondern es ist schon eine geordnete Geschichte, die da auch erzählt wird, natürlich in Kapiteln und gerade, klar, wenn man Berichte von verschiedenen Menschen hat, dann ist halt so ein Kapitel, jetzt erzählt diese Dame und in einem anderen Kapitel erzieht dieser Mann seine Geschichte und zwischendrin füllt Igort das dann noch mit anderen Aspekten der ganzen Situation oder dann eben noch mit anderen historischen Sequenzen darin, aber es ist nicht, ja, nicht ein ungeordnetes Tagebuch oder so in dem Sinne. Also von mir ist es auf jeden Fall eine starke Empfehlung. Patrick, wie interessiert bist du an diesen Bänden oder hast du sie vielleicht sogar gelesen, sind ja schon zehn Jahre raus? Gelesen habe ich es nicht. Ich werde mir auf jeden Fall die PDFs von Andi anfragen. Wenn dann aber etappenweise, das klingt echt sehr, sehr heftig, aber das ist wahrscheinlich noch eine Beschönigung im Vergleich zu dem, was im Krieg da draußen wirklich los ist und daher, ja, Interesse habe ich schon auf jeden Fall. Ich denke, diese beiden Bände sind auf jeden Fall ein Zugang auch tatsächlich zur aktuellen Lage und zum Verständnis der aktuellen Lage, zum Verständnis von Putins Regierung, zum Verständnis zum Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland, dem historischen Verhältnis eben auch. Wie gesagt, es sind natürlich, versteht man jetzt den Konflikt dadurch nicht komplett, das ist ganz klar, es sind nur Aspekte, aber gerade jetzt in meiner Situation, der ich kein Experte für diese Region und die Geschichte dieser Region bin, hat es auf jeden Fall einen Erkenntnisgewinn gebracht in einer Verpackung, die mir sehr gut zugänglich war, so kann man es vielleicht ausdrücken. Okay, damit sind wir durch die erste Runde durch und wir starten in die zweite Runde. Breedstorm, dein zweiter Band, bitte. Ja, harter Bruch, mal wieder was Lustiges, Fairweather von Joe Matt von Drawn & Quarterly. Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder was von den kanadischen Comic-Zeichen an Seth und Chester Brown vorgestellt. Joe Matt hat auch eine Zeit lang in Montreal war es, glaube ich, gewohnt und mit den zwei anderen auch viel zu tun hat. Mittlerweile arbeitet er wieder in den USA, aber Fairweather ist wieder eines seiner autobiografischen Comics, passt allerdings nicht in Breedstorms Schmuddelecke, wie es neulich mal in der Telegram- oder Signal-Gruppe genannt wurde, sondern da hat Joe Matt tatsächlich mal was gemacht, wo Sexualität keine Rolle spielt, denn er redet über seine Kindheit, die er in den späten 70ern in den USA verbracht hat und es ist wirklich wie so ein klassischer Film, also der klassische Vorort mit den schönen gemähten grünen Rasen und so weiter, wie man das aus vielen Filmen kennt, er reitet mit seinem Bonanza-Rad durch die Gegend und in dieses Lebensgefühl hat er diesen Comic auch reingebracht. Allerdings ist nicht alles, was er da so zeigt, so mega beschönigend. Wir haben ja auch bei den anderen seiner Comics schon gesehen, dass er sich gern selber analysiert und auch seine schlechten Seiten zeigt und er stellt sich hier so als kleines Arschloch da, würde ich mal so sagen. Ich würde sagen, er ist so 11, 12, immer begleitet von seinem Kumpel, den so ein bisschen davon abhält, dass er verprügelt wird, von anderen Leuten, mit denen er sich angelegt hat. Er ist damals schon ein großer Comic-Freund und Sammler und hat sich angefangen, eine kleine Sammlung zuzulegen, hat aber schnell festgestellt, dass man damit auch sehr gut Kohle machen kann und hat also rausgefunden, es gibt also teurere Comics und weniger teurere Comics und so handelt er mit seinen Kumpels auch immer sehr gerne da drum und tauscht Comics, aber immer so, dass er natürlich immer den größten Vorteil hat und dieser Vorteil zieht sich halt auch durch den ganzen Band, also er versucht die ganze Zeit irgendwie Vorteile für sich rauszuholen, wie das vielleicht bei Kindern in dem Alter so ein bisschen ist, die so ein bisschen mitgekriegt haben, okay, alle haben es noch nicht begriffen, dass man handeln kann und auch für sich positiv handeln kann und so gibt es da natürlich auch ziemlich schnell Auseinandersetzungen mit anderen Jungs, die da sind, es gibt eine lustige Sequenz, wo er versucht, Action Comics 1 zu bekommen, weil jemand versucht, das loszuwerden und dann sagt er, er will es doch nicht loswerden, natürlich ganz sein lassen kann er es auch nicht, weil er beschreibt, wie er bei irgend so einem, ja, ich weiß nicht, ist das ein Saunaclub oder was auch immer, auf jeden Fall haben die, ja, so eine Ecke gefunden, wo man irgendwie durch einen Zaun nackte Menschen betrachten kann und das ist natürlich die Sensation für so einen elfjährigen Jungen und ein riesiges, riesiges Abenteuer in der Welt eines Elfjährigen, heute würde man vielleicht das Slice of Life sagen dazu, aber halt auf die Jomet Art und Weise und auch das würde ich wiederum empfehlen, wenn man Spaß an sowas hat. Ich habe neulich mal bei uns in der Bücherei im Online-Katalog geguckt, gerade explizit nach Joe Matt und Chester Brown und habe festgestellt, die haben auch ein paar Comics im Magazin quasi, die muss man also vorbestellen, damit man sie ausleihen kann, aber das muss ich endlich mal machen. Also meine Lücken, das haben wir ja schon öfter festgestellt, ich bin, ich habe Seth einiges gelesen, auch nicht alles, aber Joe Matt und Chester Brown fehlen mir da und das, immer wenn du die aufbringst, denke ich mir, verdammt, den muss jetzt endlich mal, aber man liest immer so viel. Andi, hast du dein Herz mittlerweile für die Kanadier entdeckt? Interessiert dich Joe Matt? Es steht auf der Liste, aber ich will ja ehrlich sein, also wenn, dann fange ich bei den Schmuddel-Comics an, weil die sind vielleicht ein bisschen eher mein Mietje. Nicht, das ist, also ich sage mal so, da gab es viele Dinge, die ich jetzt interessant fand und ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Jungs, die machen vor allem eins, nämlich ihr Leben in Comicform zu pressen, das ist natürlich auch relativ egozentrisch, diese, diese Arbeit, aber muss ja nicht schlecht sein, wenn es trotzdem irgendwie unterhaltsam, vielleicht sogar lustig ist, dann ist das ja nicht schlecht. Ich, ja, keine Ahnung, also ich glaube, das wäre was, das würde ich mir gerne in der Lesung angucken oder so, aber wenn die Jungs dann da sitzen und lesen halt vor, wie es in ihrem Leben war und können vielleicht noch eine Anekdote dazu packen oder so, das macht bestimmt Spaß. Patrick, würdest du auch die Schmuddel-Comics bevorzugen oder wäre Fairweather? Ich würde vor allem mal einen der Schmuddel-Comics lesen, den Breedstorm dann explizit empfiehlt, wo er sagt, das ist jetzt der einstiegfreundlichste Schmuddel-Comic von ihm, da wäre ich interessiert. Ja, ich arbeite da dran, also ich habe schon den nächsten Joe Matt gekauft, was fairerweise gesagt gar nicht so einfach ist, weil die Sachen nicht immer sehr gut bekommst, also da musst du schon jenseits der 20 Euro für einen 10, 15 Jahre alten Comic irgendwie hinlegen, das widerstrebt mir etwas, aber auch da liegt er schon wieder auf dem Cover in seinem Bett mit dem Kopf, im Kopfkissen, verkraben, um ihn rum, sehr viele benutzte Taschentücher und man kann sich schon sehr genau vorstellen, was da eigentlich passiert in diesem Comic, ich bin sehr gespannt. Stay tuned. Ja, sehr verschnupft, der gute Mann, also, okay. Gut, schnupfen. Dann gehen wir von Joe Matt weiter zu Daytripper von Patrick. Genau, im Prinzip könnte man das heute schon wieder als Patrick Rebt einen alten Vertigo-Klassiker ausbezeichnen. Ich habe die beiden, Gabriel Barr und Fabio Moon leider nicht auf der Signierstunde sehen können, da war ich verhindert, aber ich habe mir den Comic signiert zurücklegen lassen. Ich bin auf die beiden aufmerksam geworden, weil die zwei meiner Lieblings- Hellboy-Stories gezeichnet haben, also, das sind zwei Zwillinge, die einen sehr ähnlichen Stil haben, sich aber in Nuancen unterscheiden und Gabriel Barr dürfte Andi auch dann von Umbrella Academy von den Comics kennen, diesen Stil, wo er dann ein bisschen abgedrehter ist und den Comic zu beschreiben ist jetzt ein bisschen schwerer, weil das ist so quasi etappenweise, da sind unterschiedliche Storys über den selben Typen, über Brass de Olivia Domingo, also, im ersten Kapitel ist es ein Verfasser von Nachworten oder von Nachlässen, der dann in Zeitungen quasi schreibt, wer verstorben ist und so und sein Vater ist ein sehr erfolgreicher Autor und am Ende des ersten Kapitels stirbt dieser Brass und im nächsten Kapitel ist er auf einmal 10, 20 Jahre jünger und man sieht ihn wieder in Brasilien aber er ist jetzt eben 21 hat ein ähnliches Umfeld das aber doch wieder ganz anders ist und auch da stirbt am Ende der Story also man sieht hier sehr viel auch von Brasilien und wie er quasi in unterschiedlichen Lebensphasen beziehungsweise sagen wir mal unterschiedlichen Realitäten wo sich so ein paar Details unterscheiden dadurch das Umfeld verändert quasi sein Tod findet und dieses Buch das spielt auch mehr oder weniger eine große Rolle in einer der Phasen ist sein Vater der Autor von diesem Silicon Ice Buch und in einer anderen Phase sieht man wie er quasi auch PR-Tour ist mit diesem Buch er sehr erfolgreich ist also dann in dem Fall der Sohn seine Kinder seine Frau sehen ihn in diesem Kapitel dann gar nicht und man sieht nur wie sein Umfeld von ihm quasi drauf ist und auch da wird schon ganz sanft angedeutet dass er auch in diesem Kapitel stirbt also der Sohn guckt dann König der Löwen gerade diese Szene wo Simba seinen toten Vater sieht und wir ahnen oh scheiße auch da ist er wieder gestorben ich habe mich während ich diesen Comic gelesen habe gefragt okay was will der Comic mir erzählen und das erschließt sich dann im Gesamtkontext also irgendwo will er darauf aufmerksam machen dass es die kleinen Details im Leben sind die es lebenswert machen die daraus teilweise wie der berüchtigte Butterfly-Effekt teilweise ein ganz anderes Leben hervorbringen können und manchmal ist es sich trotz der anderen Details sehr ähnlich also in einem hat er was mit einer Brasilianerin und im anderen Kapitel hat er dann auf einmal was mit seiner Sekretärin und immer wieder sieht man dann auch wie die beiden Geschwister Brasilien inszenieren und das wird von Dave Stewart ziemlich genial fast schon wie kann man sagen aquarellig koloriert dass man da auch schon ein bisschen so dieses Strandgefühl auf er kriegt und eben dass man auch Brasilien sehen will also er inszeniert das schon wie einen zweiten Hauptdarsteller diesen Ort dieser Comic ist trotz des Ganzen sehr leichtfüßig sehr lebensfroh auch wenn der dauernd stirbt Breastorm hast du den gelesen der ist ja schon wieder raus ja ich hab den 2014 schrieb ich im Manini Forum hat mir sehr gut gefallen ledig das Ende hat mir nicht so zugesagt aber egal die vielen Denkanstöße waren klasse der Sepp hatte den seinerzeit groß empfohlen und ich fand gerade dieses verträumte wie du es auch geschrieben hast in Verbindung mit Brasilien das hat unglaublich gut gepasst und man hat gesehen es war eine Herzensangelegenheit für ihn das so zu machen die beiden haben ja auch die Serie Details geschrieben also da haben sie auch Brasilien sehr inszeniert und ich dachte gerade in der Zeit ist das wirklich ein schöner Denkanstoß dass man sich mal ein bisschen zurücklehnt und die kleinen Dinge im Leben dann auch wieder ein bisschen wieder fixiert wie es auch dieser nette viel gut Klassiker Zombieland quasi auch mal so schön gesagt hat ich habe den auch irgendwann gelesen hatte den ähnlichen Eindruck wie Breedstorm das fand ich gerade sehr interessant dass du das so gesagt hast weil ich also die zwei Brüder hatte ich auch schon lange auf dem Schirm die habe ich in irgendeiner Kurzgeschichtensammlung irgendwie das erste Mal gesehen gehabt und fand deren Zeichenstil total toll und habe die dann auch so mitverfolgt ohne zwingend immer gleich alles gelesen zu haben aber dann eben auch irgendwann mal den Sammelband eben von Daytripper gelesen und der hatte zu dem Zeitpunkt dann eben auch schon die tollsten Rezensionen und so bekommen aber mir ging es genauso wie dir Breedstorm dass ich auch ich fand den Band echt toll aber irgendwas am Ende also mittlerweile ist es so lange her dass ich mich an Details nicht mehr erinnere also ich könnte jetzt nicht mehr sagen was mich damals irgendwie ein bisschen kalt zurückgelassen hat aber irgendwas am Ende hat mich damals nicht zu 100% überzeugt gehabt jedenfalls Andi ich glaube vorhin gehört zu haben du hast den noch nicht gelesen aber interessiert dich das? Genau der ist auf der großen Liste der Vertigo Comics die bei mir hinten im Schrank stehen aber ungelesen sind ich habe den gerade mal rausgezerrt und drin geblättert währenddessen ihr darüber gesprochen habt und das ist auf eine Art den ziehe ich jetzt vor weil ich tatsächlich glaube ich diesen familiären Aspekten die da wohl eine Rolle spielen sehr viel abgewinnen kann darauf habe ich gerade Lust und ich hoffe dass er trotz der mehrfachen Tode des Protagonisten irgendwie auch was Positives hinterlässt das definitiv und gerade Väter spielen spielt da auch eine große Rolle also kann ich das allen Vätern hier in der Gruppe und auch außerhalb sehr empfehlen allen fünf seid ihr nicht alle meine Kinder es war halt auch was ganz anderes als sein Umbrella Academy was er gemacht hat also daher kennt man ihn bei Umbrella Academy da waren es ja nicht die beiden Brüder sondern Gabriel Bar mit Gerard Way also dem Sänger von Michael McKay Romance dadurch hat das so einen sehr verrückten Spin bekommen ja und man muss natürlich noch lobend erwähnen er ist natürlich auch aus dem goldenen Jahrgang 1976 muss immer mal hervorgehoben werden deswegen mag ich die Zeichnung so gerne ja verstehe ich nee aber Andi wenn du den dann mal liest dann sag uns da gerne auch mal wie wie dein Zugang zu dem jetzt dann ist das können wir generell machen wir hatten das früher immer mal so ein bisschen ich habe das versucht dieses wir stellen uns ja letztlich auch ein bisschen gegenseitig Comics vor und teilweise habe ich die dann auch nachgeholt und gelesen und dann haben wir das ja nicht nochmal thematisiert also beispielsweise jetzt habe ich gerade angefangen dankenswerterweise hat Patrick mir die geliehen Batman Bände hier dieser weiße Ritter und Fuch des weißen Ritters und so und ich glaube irgendeinen davon hat er auf jeden Fall auch schon besprochen bei uns vielleicht nochmal so eine ich habe es auch gelesen Kategorie draus zu machen oder diesen komischen BWL Panda Comic den der Breedstorm mir mal vorgestellt hat da habe ich auch versucht einen Zugang zu finden das war irgendwie nix aber irgendwie können wir da nochmal drüber nachdenken was wir da aus diesem Ding machen wenn euch interessiert was wir anderen dann denken sagt das mal weil teilweise haben wir hier die Comics jetzt schon gelesen Daytripper kannten jetzt irgendwie auch schon drei von vier Leuten hier in der Runde was so ein nachgeschobenes Ding ob dich das interessieren würde oder vielleicht keine Ahnung als Kurzbeitrag auf Social Media sagt das mal schreibt uns bitte das bin auf Andi kriegt nicht genug Post also ganz genau auf Social Media cool ja Andi dann mach doch du gleich mal weiter gern und da fällt mir auf dass ich heute zwei Comics vorstelle die das Wort zwei im Titel haben weil der letzte war ja Tupab zwei Münzen glaube ich hieß er und der hier heißt jetzt Zwischen zwei Tönen aus dem Leben von Arvo Pert und das ist ein Comic den hab ich gekauft beim Planet Comics Comic Planets ne Planet Comics in Erfurt in einem ganz tollen Comicladen da liebe Grüße auch mal an den Ed und die liebe Sarah die ich da quasi besucht hab wir haben gequatscht über Dinge die machen auch den Comicpark in Erfurt und so auch eine tolle Veranstaltung naja wie es dann so ist irgendwie kaufst du dann doch ein paar Comics wenn du im Comicladen stehst zwischen zwei Tönen ist einer davon und der erscheint bei einem Verlag namens Wohland und Quist und Wohland und Quist hatte ich vorher noch nicht gehört das ist ein Verlag die haben sich drauf spezialisiert moderne urbane Geschichten zu veröffentlichen die irgendwo aus Osteuropa stammen und in dem Fall geht es ja um Arvo Pert und das ist ja ein Estländer und dieser Estländer ja der ist ein Komponist den man definitiv kennen kann und der eine Menge Sachen gemacht hat vielleicht kurz die Frage in die Runde mir war mehr eigentlich sein Name ein Begriff und ich wusste er ist groß und hast du nicht gesehen ein toller Name und hat viele schöne Sachen gemacht und so aber habt ihr irgendeinen Zugang zu dem oder vielleicht sogar irgendwie dann sag mal kennt ihr seine Stücke ich kannte nicht mal den Namen ok hab's auch nie gehört auch nicht ok ne leider nicht alles klar das schneide ich schön kurzum das ist auf jeden Fall ich kannte halt den Namen durchaus und das wurde mir halt ins Herz gelegt weil es halt irgendwie ne Graphic Novel mit biografischem Inhalt und in schwarz weiß und diesmal nicht von Reinhard Gleis dann dachte ich mir irgendwie stehe ich da ja schon ganz schön drauf weil das ist so ein bisschen das ist was ich so aus den letzten Ausgaben auch mitgenommen hab ich hab Bock auf so Sachen und hier war es ja auch wieder ein Musiker ähnlich wie in der letzten Ausgabe wo wir uns über David Bowie unterhalten haben und die aktuelle Biografie die es dabei im Carson Verlag gibt ja das Ding hier hat verschiedene Sachen die es auszeichnen also man kann eigentlich mal objektiv sagen genau genommen macht er eine Sache genauso wie das der David Bowie Band gemacht hat nämlich dass er sich verschiedene Stationen aus dem Leben dieser Person rausgreift die wir uns letztlich auch in jeder Biografie und in jedem Wikipedia Artikel auch anschauen könnten und dazu das irgendwie illustriert aber es gelingt dem Künstler Jonas Sildre hier sehr gut das Ganze trotzdem irgendwie in den roten Faden zu packen oder zumindest wirkt es auf mich mehr wie ein roter Faden was daran liegt dass wir einen ganz persönlichen Blick auf Auro Pert bekommen der halt wie gesagt Komponist war er ist da aufgewachsen er war schon immer musikalisch sehr begab wurde immer gefördert es wurden teilweise an großen Institutionen und Hochschulen extra Plätze für den geschaffen damit er halt dort irgendwie studieren konnte und so und er war immer einer von den ganz großen zu seiner Zeit innerhalb eben der estnischen ja Komponistenschaft und hat ganz viele tolle Sachen gemacht hat sich mit Zwölftonentechnik beschäftigt und war auch in vielen zusammen also er war dann auch sehr gläubig und hat versucht seine Musik irgendwie auch danach auszurichten das ist wahnsinnig faszinierend da kann ich wirklich empfehlen diesen Comic da zu lesen aber vor allem wirkt es immer sehr emotional ich weiß nicht ob es die Mimiken sind die wir hier punktuell geboten bekommen oder letztlich einfach die Art und Weise des Erzählens und des Interagierens der Figuren miteinander aber ich hatte immer das Gefühl ich wüsste ungefähr wie es unserem AWO hier in der jeweiligen Lebenssituation geht und das hat mir sehr gut gefallen das als ein Punkt und das andere ist wirklich das Artwork also ich rede nicht davon dass wir hier wieder wie gesagt in schwarz-weiß Personen sehen die Dinge erleben miteinander interagieren und in dem Fall tragen halt viele Leute viele Anzüge und was man halt da so 1900 keine Ahnung von wann hat er gelebt ich suche das hier gerade mal raus also geboren ist er 1935 und ja dann so in den 60ern 70ern 80ern war halt so sein Schaffen und am Ende seines Schaffens wird er übrigens natürlich auch aus Estland beziehungsweise der Sowjetunion auch ausgewiesen und ist dann irgendwann auch Österreicher geworden das ist eine ganz spannende Geschichte hat auch Jahre in Berlin gelebt und so kann man sich wirklich mit beschäftigen und übrigens auch mal die Musik reinhören habe ich gemacht das lief einen Tag lang bei mir Arvo Pert sehr schön das Besondere hier am Artwork ist wie Musik dargestellt wird denn wenn wir mal so im Nachhinein drüber nachdenken was wir beim David Bowie Comic über Musik erfahren und gesehen haben dann war es halt schrill es war laut und es wurden Texte irgendwie erzählt und die wurden auch mal in irgendeiner spektakulären Art und Weise präsentiert aber so das Thema Musik hat da eigentlich nur eine Randerscheinung war eigentlich meines Achtens nur eine Randerscheinung in diesem Comic und das ist hier bei Zwischenzwei Tönen nicht der Fall wer das Artwork mal googelt der sieht hier dass da ganz oft so weiße Punkte und schwarze Punkte verbunden von Strichen irgendwie in diesen Panels eingebaut sind und das ist ganz spannend weil das ist halt immer ein Zeichen beziehungsweise ein wiederkehrendes Motiv für Musik wenn wir also in einem Konzertsaal sitzen oder in einem Klavier dann geht da von den Instrumenten halt eben gehen da diese Striche ab und dieser Punkt und auf unterschiedliche Art und Weise das sind mal ganz viele Punkte ganz viele Striche das ist dann mal laute Musik mal leise Musik dann ist da mal eine Kurve mit drin oder ein Kreis und irgendwelche wenn man so will Bewegungen die hier mit so angedeutet sein könnten und das ist wahnsinnig faszinierend und macht total viel Spaß es ist auch so von den Konstruktionen wie die Panels dann aufgebaut sind irgendwie so dass man das Gefühl hätte was hier gerade musiktheoretisch erklärt wird wird mir auch parallel dazu noch durch diese Art und Weise der Darstellung der Musik erklärt und ich hatte dann zumindest teilweise das Gefühl ich wüsste worum es geht ob das jetzt wirklich der Fall war oder nicht gut das einmal dahingestellt aber das hat mich doch sehr angesprochen ich habe auch viel gesungen in meinem Leben und weiß wie so ein Ton aussieht und eine Note und so aber das hier war irgendwie absurd und geil und irgendwie mal was Neues und da hat er eben auch ein paar Splash Pages mit drin die sind wahnsinnig faszinierend wenn halt so mal was ganz Neues gezeigt wird weil Awo mal wieder keine Ahnung die Musikwelt revolutionieren will oder so und das dann eben auch schafft und dann wird halt mal keine Ahnung die sitzen dann so im Konzertsaal und dann kommt da quasi eine Wand von Musik auf diese Menschen zu und das wird eben auch hier zeichnerisch dargestellt das fand ich wahnsinnig faszinierend es hat mir sehr viel Spaß gemacht es gibt wirklich diese Splash Pages ich habe die teilweise auch mal gepostet in den Signal und Telegram Gruppe das ist schon das ist schon atemberaubend das habe ich so noch in keiner Form gesehen es ist am Ende natürlich klar wieder erhobener Zeigefinger die Sowjetunion böse Menschen haben uns ausgewiesen weil wir halt nicht systemtreu beziehungsweise parteitreu waren das kann ich schon nachvollziehen das habe ich lange kritisiert aber letztlich scheint es ja eine gewisse Form der Realität zu entsprechen entsprochen zu haben es gibt ja also insofern schon irgendwie klare Feindbilder das ist auch okay weil wie gesagt der wurde halt seines Landes verwiesen und ja das geht es ganz am Ende spielt jetzt eine Rolle es wird immer so punktuell mit eingestreut er hat eine Familie ist alle sehr emotional ach ich fand es toll ist ein schöner Comic kostet erzähle ich natürlich auch immer gern 28 Euro und hat dabei 224 Seiten gibt es schon in der zweiten Auflage und ist von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung ich fand auch jetzt gerade mal so vom reinschauen nur in die Leseprobe auf der Verlagseite dass das tatsächlich sehr spannend aussah interessant aussah finde ich einen guten Zeichenstil sah auch nicht danach aus und das was du jetzt beschrieben hast unterstützt das ja auch dass das so ein was ich vorhin mal gesagt habe so ein naja wir erzählen halt irgendwie was historisches oder über eine Figur handeln Fakten ab und sind aber gestalterisch dabei gar nicht so geil und die scheinen hier ja tatsächlich einen das da ja auch sehr stark Wert mit drauf gelegt zu haben dass es eben gestalterisch auch interessant ist also so eine Idee wie setzt man denn Musik grafisch um in einem Medium das keinen Ton hat und so wie du das jetzt gerade beschrieben hast scheint die ja einen sehr erfolgreichen Weg dafür gefunden zu haben du hast dir jetzt auch die Musik ja auch angehört hast du gesagt siehst du da eine Verbindung oder hörst du also im Abgleich zwischen die Musik gehört zu haben und wie die Musik in dem Comic dargestellt wurde macht es da in deinem Kopf irgendwie eine Verbindung also verstehst du was ich meine dass du irgendwie sagen kannst das macht für mich Sinn wie es dargestellt ist nachdem ich es gehört habe die Darstellung die ist hier im Comic vor allem dafür geeignet so dieses Besondere oder dass es halt irgendwie was Neues ist oder dass eben jetzt eine Wand auf dich zukommt ja diese Wand habe ich natürlich jetzt nicht wenn ich jetzt zu Hause in meinem Wohnzimmer sitze und das über irgendeine Anlage höre aber ja dann ist auch Zwölftonmusik also die Verbindung die direkte Verbindung kann ich nicht herstellen was ich jetzt punktuell von ihm gehört habe war für mich eher waren eher die ruhigen Sachen also es gibt da oh Gott jetzt muss ich das mal aufrufen aber was ich gehört habe war ein relativ ruhiges Stück oder ruhige Stücke von ihm diese ganzen Orchesterwerke da habe ich wahrscheinlich nicht den sagen wir mal wirklich musiktheoretischen oder einfach auch da habe ich einfach nicht den Zugang zu um das so verstehen zu können weil es ja ich glaube hier gerade wenn es vom Artwork her geht viel auch so diese Gefühlswelt dargestellt werden soll und weniger jetzt den Ablauf der eigentlichen Partitur oder eben des Stücks MC Breedstorm wie interessiert bist du an klassischer Musik und deren grafische Aufarbeitung sehr sehr wenig optisch spricht es mich eigentlich ganz gut an es erinnert mich so ein bisschen an Bastion Vives den ich sehr schätze aber der hat halt eher Themen die mich so ansprechen also ich gucke jetzt in mein Regal ungelesen steht da noch die Bluse das ist eher mein Thema als Contenance bitte das ist eher mein Thema als klassische Musik es dann auch ist wenn ich die Person kennen würde wie das zum Beispiel bei Bowie oder bei Mercury oder bei irgendeiner Musik die mich irgendwie interessiert wäre aber da ich ihn gar nicht zuordnen kann würde es mir sehr schwer fallen dazu zu greifen Patrick was ist deine Haltung zu estländischer klassischer Musik bei 28 Euro ist eben eine Hemmschwelle für etwas das man bisher noch nicht so kennt deswegen bin ich da ganz auf Breedstorms Seite da würden mich andere Personen deutlich mehr interessieren aber dieser Aspekt wie Musik dargestellt wird der interessiert mich dann doch so ein bisschen kaufen eher weniger für mich ja es ist auch nicht so dass ich den jetzt sofort bestellen würde aber wenn ich ihn in die Finger kriegen würde finde ich ihn interessant genug von dem was Andi erzählt hat und von dem was ich jetzt gesehen habe das wäre wie so ein Bibliothekending das ist können wir an anderen Stellen mal diskutieren inwiefern man Preise in eine Rezension mit einbeziehen sollte naja aber ich habe ja gemeint wir müssen irgendwie hier also ich persönlich habe für mich den Anspruch in dieser großen Vielfalt in dieser erschlagenen Vielfalt vielleicht Hinweise zu geben und da finde ich das schon relevante Punkte gerade weil man ja eben auch gerne mal Dinge Breedstormen kann und für mich persönlich noch mal als extra hier oben drauf die Information ich bin ein bisschen angetan ich kann endlich mal zwei Comics vorstellen die ich gut fand ist kein Verriss von mir dabei gewesen diesmal finde ich gut wow ja man muss halt weniger Superhelden vorstellen vielleicht ist das der Trick okay bleiben wir nee gehen wir wieder zu Unterhaltungscomics zu Genrecomics let's head back to space mit Space Usagi deutsche Ausgabe gerade frisch erschienen im Dantes Verlag übersetzt von Jens A. Nielsen gelettert von Josch und der Comic an sich ist natürlich von Stan Sakai der die Usagi Yojimbo Reihe seit vielen vielen Jahren macht seit den 80er Jahren schwarz-weiß independent Comic um einen einen Hasen also es ist ein anthropomorph dargestellte Comic also die Figuren sind anthropomorph sind also alle als Tiere dargestellt aber Hauptfigur ein Hase im feudalen Japan ein herrenloser Samurai und ein Ableger dieser langlebigen Serie ist eben Space Usagi Stan Sakai hat in den 90er Jahren vor allem so in der ersten Hälfte bis Mitte der 90er Jahre mehrere Geschichten rausgebracht die eben weit in der Zukunft spielen die nicht in diesem feudalen Japan spielen wie seine Hauptserie einfach weil er Lust drauf hat beziehungsweise er schreibt irgendwie im Vorwort so er wollte Dinosaurier zeichnen und die hat er einfach im feudalen Japan nicht untergebracht deswegen hat er eine Science Fiction Story geschrieben wo er dann auch Dinosaurier irgendwie einen Planeten mit unterbringen kann das ganze ist aber trotzdem in seinem Kern Universum mit drin denn der Usagi aus dieser Geschichte ist quasi ein Nachfahre der eigentlichen Hauptfigur aus der Hauptserie dieser Sammelband vereint alle Geschichten die es bisher von diesem Space Usagi gibt und das sind drei Miniserien a drei Heften in den USA gewesen und dann noch zwei Kurzgeschichten die in anderen Sammlungen erschienen sind es ist wie gesagt schwarz-weiß Stan Sakai ist für mich ich glaube fast schon ein unterschätzter Cartoonist also irgendwie wird über den nicht sehr viel gesprochen wie gesagt er macht es schon seit den 80er Jahren diese Figur teilweise bei Mirage angefangen dem Hauptverlag der Turtles wo die Turtles damals erfunden worden sind der Verlag von Kevin Eastman und Peter Laird dann bei Dark Horse ich glaube jetzt aktuell bei IDW also über verschiedene Verlage aber immer so sein Ding gemacht das tue jetzt so als wirklich der große Usagi Ujimbo Experte bin ich nicht ich habe genau einen Band gelesen den allerersten Band den Dantes vor einigen von Usagi Ujimbo und jetzt eben diesen Space Usagi aber was mir bei beiden Bänden aufgefallen ist dass Stan Sakai einfach ein hervorragender grafischer erzähler ist sehr sehr flüssig zu lesende Geschichten der macht teilweise sehr spannende Sachen mit mit Action oder mit Zeit in seinen Panels und fliegt trotzdem trotz dieser langen Karriere glaube ich für viele trotzdem so irgendwie unterm Radar weiß nicht ob es vielleicht auch eben auch so groß ist und man dann irgendwo Angst hat den Einstieg nicht zu finden das Gute ist soweit ich das überblicken kann man kann glaube ich ziemlich jeden Band einfach rausgreifen und einfach mal lesen und man versteht trotzdem weil es auch viele Kurzgeschichten auch sind aber natürlich dieser Space Usagi Band bietet sich quasi total dafür an weil er eben auch komplett in sich abgeschlossen ist und man auch nichts über die Kern Serie wissen muss man kann den einfach so lesen die Figuren sind zwar teilweise so in gewisser Art Spiegelungen von Figuren auch aus der eigentlichen Serie aber das kommt hier soweit überhaupt nicht zu tragen wenn man das nicht weiß fällt einem das auch nicht auf diese drei Miniserien die hier drin sind bauen auch aufeinander auf die sind in sich eigentlich auch schon sehr schön geschlossen gerade auch so wenn man das mal vergleichen will die erste Miniserie diese ersten drei Hefte erzählen eine in sich geschlossene Geschichte sind aber trotzdem auch am Ende oder ist am Ende auch so weit offen dass man eben darauf aufbauen kann ich hatte so ein bisschen den Eindruck wie beim allerersten Krieg der Sterne Film der ja auch ein geschlossenes Abenteuer erzählt aber trotzdem besteht das Imperium Geschichte zu Ende zählt und so ähnlich ist in diesen Miniserien auch also auch da erzählerisch sehr 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 gut gemacht ja es geht eben um verschiedene Clans die auch wirklich so wie japanische Samurai Clans daherkommen was so die Kleidung die Designs der Kleidung und die Waffen angeht nur dass eben alles in Space ist dass eben die die Schlösser Raumstation oder Raumschiffe sind dass die Schwerter dann eben ja so eine Laserfunktion zumindest haben dass es auch Schusswaffen gibt und dass es eben natürlich wie gesagt Raumschiffe gibt dann verschiedene Planeten und auch verschiedene Wesen und Monster und Dinosaurier und so aber trotzdem so was die was die Struktur angeht so diese Samurai Kaiser Untergebene Nachfolger etc Struktur das ist hier soweit auch alles mit übernommen also man hat quasi Samurais in Space mit Hasenohren was bei Sakai für mich auch sehr beeindruckend ist gerade dieser cartoonige Stil und auch natürlich diese Darstellung der Figuren als Hasen oder andere Tiere das kommt natürlich relativ locker und vielleicht sogar lustig daher Sakai hält aber auch nicht zurück mit brutalen und auch dramatischen Aspekten in seinen Geschichten also da sterben auch Charaktere die sterben teilweise auf brutale Weise es kommt zu Herzschmerz und zu Traurigkeit und zu Verlust und so also auch den Figuren geht es nicht immer gut da werden schon echte Kämpfe ausgefochten da herrschen echte Gefühle also es ist kein Funny Comic in dem Sinne auch wenn man auf den ersten Blick das vielleicht wie gesagt aufgrund der tierhaften Figuren annehmen könnte sondern da werden schon auch ernsthafte Geschichten erzählt auch mit Humor und auch gerade in den Zeichnungen hat das teilweise natürlich schon auch lustige Züge aber das ist nicht zwingend ein Kindercomic in dem Sinne also klar man muss jetzt nicht über 18 sein um die zu lesen das jetzt auch nicht aber ich will damit sagen die Geschichten haben auf jeden Fall genug Gehalt und Unterhaltungswert dass die auch für Erwachsene sind und jetzt nicht für Achtjährige unbedingt nur die die wahrscheinlich auch lesen könnten also ich möchte eigentlich trotzdem oder gerade deswegen jetzt auch nochmal mehr von Stan Sakai lesen ich finde es sehr gut dass der Dantes Verlag jetzt seit einigen Jahren da die gesammelten Bände wirklich alle rausbringt und auch an der Stelle noch vielen Dank an den Dantes Verlag auch das war jetzt ein Rezensionsexemplar das uns zugeschickt wurde vielen Dank dafür und ja ich glaube die Verlagsgeschichte in Deutschland ist auch so ein bisschen undurchsichtig ich glaube verschiedene Verlage haben schon mal so teilweise was rausgebracht gehabt aber jetzt eben seit einigen Jahren Dantes macht einen sehr guten Job dass sie so Band für Band einen nach dem anderen sehr regelmäßig rausbringen in schönen Ausgaben aber auch leistbaren Ausgaben wenn wir vorhin schon bei Preisen waren also der Band kostet 25 Euro mit knapp 300 Seiten gut gemacht auch mit Anmerkungen und Vorwort und Bonus Material hintendrin ich glaube auch die orientieren sich hier an den Dark Horse Sammelbänden ähnlich wie wir es von der Neil Gaiman Bibliothek auch kennen gute Sache möchte ich empfehlen also Stan Sakai Usagi Ujimbo generell aber auch den Space Usagi Band wenn man ein bisschen auf Science Fiction eben steht und ja auch so gerade auch wenn man auf Star Wars steht Star Wars nimmt ja auch sehr viel aus Samurai Mythologie und Samurai Ästhetik und japanische Elemente und das ist bei Space Usagi hier natürlich ganz genauso also das ist eigentlich eine ganz schöne Sache auch für Star Wars Fans Andi hast du Ja ich bilde mir ein ich habe ja auch schon dieses Crossover vorgestellt von den Teenage Mutant Ninja Turtles und Usagi Ujimbo bin mir aber nicht ganz sicher ob das hier war oder das kann sogar sein dass das noch vorm Comeback der Comic Cookies war in irgendeinem Gastauftritt den ich hier hatte und da kann ich das bestätigen gerade diese zeichnerische erzählen oder so das hat mir auf jeden Fall gut gefallen der Schöpfer ist auf jeden Fall auch jemand der viel Aufmerksamkeit bekommen sollte ich denke das ist gerade in Hinsicht auf eventuelle ja einfach Bewegtbild Geschichten die da kommen sollen auch nochmal ein spannendes Thema für die nächste Zeit das Ding interessiert mich tatsächlich sehr ich weiß nicht woher es kommt aber in der Leseprobe erinnert mich das alles dann doch irgendwie sehr an Dragon Ball und an diese ganzen gerade so hier an diese Vegeta und diese ganzen bösen Saiyajin und so und dann rumfliegen und raufhauen keine Ahnung woher das jetzt kommt ob für mich einfach alles was aus der Rechnung kommt aussieht wie Dragon Ball weiß ich nicht aber das hat mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert und ich würde schon auch sagen dass das jetzt hier ein Comic wäre wo ich wieder den Eindruck hätte als müsste ich halt nicht alle 30 Bände davor gelesen haben und deswegen würde ich es vielleicht gerne mal versuchen Breedstorm kennst du Stan Sakae besser ja ich hatte Interesse daran da gab es die vom Schwarzen Turm noch da gab es so eine kleine Flaute mit der Nachproduktion irgendwann deswegen habe ich mir von Dark Horse irgendwann mal so ein Sammelband geholt fand ich sehr gut ich habe es dann allerdings nicht mehr weiter verfolgt seitdem sollte ich vielleicht mal machen und Patrick hast du schon Berührung mit Osagi Ujimo oder Stan Sakae in irgendeiner Form ich habe den in der Turtles Serie gesehen und auch tatsächlich in diesen Batman nein nicht Batman in diesen Turtles Crossover gesehen und ich mag es wenn anthropomorphe Tiere sich zu Samurai einflüssen bekloppen also ja gerade mit dem Science Fiction Spin könnte das auch für mich sehr sehr spaßig werden ja also ist auf jeden Fall eine Empfehlung und das was der Breedsom auch gerade gesagt hat ich glaube da man kann da wirklich einfach mal einen Band sich holen sei es jetzt eben der Space Usagi auch von der Kernserie und mal reinlesen und da Kurzgeschichten lesen es gab auch schon mal obwohl jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ich habe irgendein Heft jetzt bin ich mir nicht nicht sicher ob das vom Deutschen oder vom Amerikanischen Gratis-Comic-Tag ist da gab es mal ein Heft auch also wenn es die Gelegenheit mal gibt lässt sich auch fein mitnehmen wie gesagt gerade diese Kurzgeschichten Sachen das bietet sich ja immer sehr gut an das ist auch so so ein bisschen wie bei Hellboy wo man halt auch mal so eine Geschichte oder einen Band lesen kann ohne dass man sich gleich alles zulegen muss und dann vielleicht irgendwann mal wieder zu einem Band greifen also Usagi Yojimbo beim Dantes Verlag erschienen beziehungsweise jetzt hat gerade ganz neu eben der Space Usagi in sich geschlossener Band eine Empfehlung meinerseits Schrägstrich unsererseits damit sind wir durch mit den Comics die jeder individuell vorstellt und wir haben auch dieses Mal wieder ein gemeinsames Thema bearbeitet das wir jetzt in der Vorstellung ganz am Anfang nicht mit erwähnt haben wir haben gemeinsam vorbereitet den Band aus dem Black Hammer Universum namens Barbalian Red Planet ich habe die amerikanische Ausgabe gelesen deswegen habe ich hier die Dark Horse Ausgabe das Ganze ist 2020 2021 erschienen erst als Miniserie und dann eben als Sammelband und der deutsche Band da müsst ihr dann was dazu sagen vielleicht ich sage nur kurz das Skript ist von Tate Bromble die Story ist von Jeff Lemire und Tate Bromble zusammen wobei soweit ich das verstehe Jeff Lemire da eben tatsächlich mehr so Berater war also eigentlich das ist schon Tate Brombles Geschichte die er da erzählt gezeichnet von Gabriel Hernandez Walter die Farbe von Jodie Boller Lettering von Aditya Bidika und was ich noch sehr interessant finde es gibt auch einen Credit für oder einen Dank zumindest für Sensitivity Reading also ein Mensch der die ganze Geschichte liest um ja dafür zu sorgen dass da niemand beleidigt wird quasi weil es in diesem Band ja auch um sehr ernste Themen gibt und eine sehr spezielle Zielgruppe beziehungsweise auch Gruppe deren Geschichte dort verhandelt wird und dieses Sensitivity Reading hat gemacht Jasmine Walls und Jasmine Walls haben wir in der letzten Folge erwähnt die hat nämlich den Comic The Last Session geschrieben den ich in der letzten Folge vorgestellt habe also da ist sie Autorin und jetzt im Falle von Barbalian hat sie das Sensitivity Reading gemacht also den haben wir gesagt alle von uns gelesen ich glaube alle von uns haben nahezu alles von Black Hammer gelesen glaube ich so zumindest von daher kennen wir uns ganz gut aus in der Welt und jetzt eben diesen mehr oder minder aktuellen Band Barbalian Andi magst du den kurz mal in ein paar Worten vorstellen worum es da geht sehr gern und möchte vor allem auch erstmal den Hinweis droppen nachdem nur viele Menschen genannt hattest die hier eine Danksagung oder generell einen Credit bekommen fällt mir auf weil ich halt vor kurzem mich damit beschäftigt habe wer hier nicht genannt wird bei diesem Comic und zwar die in dem Fall übersetzende Person ich habe keinen blassen Schirm mehr wer diesen Comic übersetzt hat ins Deutsche was ich sehr schade finde bei anderen Comics ist es üblich dass das drin steht da müsste ich mir tatsächlich auch nochmal andere Splitter Comics schnappen und mal schauen ob die da irgendwie einen Credit für geben oder ob das hier in dem Fall mit Redaktion abgetan wäre ob das dasselbe ist was mich wundern würde in vielen Fällen sind übersetzende Personen ja auch freiberuflich tätige vielleicht kriegen die keinen Credit keinen blassen Schimmer worum geht es hier in dieser Geschichte namens Barbellion roter Planet ja eigentlich geht es um genau das was wir aus der Haupthandlung von Blackhammer schon kennen es gibt da diesen roten Typen der offensichtlich sehr an dem Martian Manhunter vom DC Universum angelehnt ist hat auch vergleichbare Kräfte kann rumfliegen und vor allem seine Form wandeln präsentiert sich meistens als Mensch weil er auf der Welt unterwegs ist und er ist vermutlich ein er betrachtet sich auch so und sieht sich auch vermutlich als Mann in einer binären Welt keine Ahnung und ist homosexuell und genau genommen kriegen wir hier die Langfassung von allem was wir zu seiner Origin schon wissen wir wissen dass er aus irgendeinem Grund von seinem Planeten das ist hier glaube ich auch der Mars verbannt worden ist und wir wissen dass er eben einen Partner hatte auf der Erde und wir wissen dass er Polizist ist und dass sein Polizistenkollege das nicht so prall findet dass er homosexuell ist das ist so ungefähr das was wir aus den Hauptcomics schon kennen und letztlich kriegen wir genau die Geschichte hier nochmal ein bisschen detaillierter erneut erzählt natürlich mit einer Geschichte die ja halt also einfach ausgemalter ist also wir sehen keine Ahnung wie ist denn jetzt genau der Umgang mit den Kollegen wo treibt er sich eigentlich rum wie entdeckt er seine Sexualität mit wem genau kommt er hier eigentlich warum zusammen und vor allem auch was hat das so für Konsequenzen sein Leben eben warum er quasi vom Mars verbannt worden ist und sehen die Leute die ihn da weggeschickt haben also die verfolgen ihn halt es gibt einen Typen der wird ihm quasi der verfolgt ihn und will ihn halt keine Ahnung ich weiß nicht töten vielleicht sogar oder zumindest in Gewahrsam nehmen aber das ist so das worum es in diesem Comic geht und ich weiß nicht lieber Breedstorm war da für dich irgendwas drin was du vorher noch nicht wusstest ne und ich hab mich auch die ganze Zeit gefragt warum brauche ich eigentlich noch diesen Angriff von dem anderen Marsianer den der jagen will also der der hat die Geschichte für mich nicht wesentlich weitergebracht weil das was erzählt werden wollte wie er halt mit seiner Sexualität umgeht ähm ja auch Hinweise auf Polizeigewalt wie wir es vielleicht von Christopher Street Day kennen oder ähnliches das hätte alles erzählen können ohne dass da noch ein weiterer Marsianer hätte sein müssen vielleicht für den großen Showdown weißt du damit man dann am Ende ist halt doch schon irgendwie ein Superheldencomic vielleicht muss da so einer rein ja aber wenn du diese Geschichte erzählen willst die ja ganz klar ähm wie soll ich das sagen die die Weltsicht äh auch des Autoren vermittelt wozu brauchst du dann diesen großen Showdown also ich glaube ich hätte es besser gefunden tatsächlich wenn er einfach so ein ja eine zwischenmenschliche Geschichte da erzählt was er natürlich auch macht also das passiert natürlich auch mit der Beziehung äh die er da aufbaut zu dem Demonstranten und so weiter das alles passiert aber mir war es im Endeffekt also ich hätte den Superheldenanteil darin nicht wirklich gebraucht mhm das unterschreibe ich so also ich hab's zumindest nicht als störend empfunden ähm ich fand mich hat der Comic sehr sehr begeistert ich fand den gestalterisch hervorragend also ganz toll gezeichnet und auch ähm erzählt in der in der ja in der zeichnerischen Gestaltung ganz tolle Panels mit dabei und auch wie teilweise mit Soundwords umgegangen wird also das fand ich extrem gut zu lesen äh inhaltlich ähm was wir noch nicht gesagt haben es geht natürlich um AIDS also es geht um die AIDS Epidemie in den 80er Jahren in den in den USA äh Barbalian äh kommt hier ebenso in die in die schwule Szene äh die aktuell mit ja ja Protesten in der Stadt auf sich aufmerksam macht ähm weil sie im Stich gelassen werden von der Regierung und Menschen sterben das was eben tatsächlich äh ja so so passiert ist hier aber eben im Gewand einer einer Genre Geschichte Barbalian der eben auch ja von seinem Planeten verbannt ist auch ein ausgestoßener ist also auch da ähm im übertragenen Sinne eine gewisse Verbindung zur zur queeren Community in der es hier äh geht die also auch von den eigenen Leuten quasi im Stich gelassen werden im Schrägstrich verbannt werden ähm ähm und der hier ja ein 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 Zuhause findet in einer in einer anderen Community die anders Aliens sind aber auch irgendwie Aliens sind eben in in ihrer eigenen Stadt in ihrer eigenen Welt ähm ähm und der hier was über sich selbst lernt der was über Menschen lernt ähm der ja mit mit seinen eigenen Problemen versucht irgendwie klar zu kommen Tate Bromble hat sehr viel recherchiert dem war das ein großes Anliegen Tate Bromble ist selbst homosexuell ähm und erzählt hier also eine sehr persönliche Geschichte ähm wo er auch aber versucht hat sehr viel Respekt ähm zu zollen eben den Menschen die vor ihm gekommen sind die quasi für ihn und seine Generation auch gekämpft haben die auf die Straße gegangen sind um die Lebensumstände für Schwule äh und generell LGBTQ Personen zu verbessern zu erleichtern ähm dass wir jetzt aktuell in der Situation sind dass nicht mehr äh reihenweise Menschen einfach wegsterben weil sie ähm HIV positiv sind und ich fand das extrem gelungen wie er das hier verbindet diese reale und ernsthafte Geschichte in einer Genre Geschichte verpackt als als ein Spin-Off von einer Superhelden Pastiche Serie und trotzdem funktioniert es irgendwie das ist ja doch ein relativ schmaler Grad eigentlich aber die Menschen die hier zusammengekommen sind um diesen Band zu machen ähm haben da glaube ich einen sehr sehr guten Job alle miteinander gemacht sowohl was es eben das Skript als auch die grafische Gestaltung angeht etc ähm ich fand es sehr beeindruckend sehr gelungen ähm das mag nicht für jeden Menschen was sein dass man solche Geschichten in einer Genre Geschichte verpackt erzählt ich persönlich mich spricht das total an also ich mag einfach Genre Geschichten das ist nun mal so und wenn man es dann auch noch schafft da eine ernsthafte und auch gewisserweise reale Geschichte darin zu verpacken finde ich das umso gelungener umso ansprechender ähm also ich war da echt sehr sehr begeistert davon den zu lesen Patrick wie ist der bei dir angekommen ich bin irgendwo dazwischen also gerade das was in diesen Rückblenden erzählt wird hinsichtlich der Aliens und so das haben wir alles irgendwie schon mit äh bei Black Hammer mitbekommen das hätte man da auch auf eine Rückblende reduzieren können aber wie du es gerade schön zusammengefasst hast in diesen zwischenmenschlichen Szenen merkt man dann dass das ein Herzensprojekt ist von diesen Autoren man merkt ganz klar dass es keine klare Jeff Lemire Story ist sondern dass hier eben der Tate Bromble ein Herzensprojekt hat in der Hinsicht finde ich es gelungen als Black Hammer Titel finde ich es eben schwächer ich glaube natürlich dass gerade bei so einem Band wo man auch davon aus gehen kann dass der dass den eventuell dass der Leute erreicht die bisher noch keine Berührungspunkte unbedingt mit dem Black Hammer Universum hatten dass es da in gewisser Weise vielleicht auch wichtig ist über die Hauptfigur etwas zu erzählen das wir vielleicht teilweise schon kennen aus der Hauptserie dass eben andere Menschen aber die nur diesen Band in die Finger bekommen äh eben noch nicht wissen und natürlich aber trotzdem auch irgendwie mit abgeholt werden sollten wer ist diese Figur überhaupt warum sollte ich mich um die kümmern wo kommt die her was macht die was ist mit der los also du meinst das ist so ungefähr wie dass in vielen Batman Filmen einfach nochmal die Szene aus der Crime Alley gezeigt wird wenn seine Eltern umgebracht werden oder bei Spider-Man wie er von der Spinne gebissen wird oder Onkel Benz das sind natürlich Figuren die seit vielen Jahrzehnten schon so oft in der Popkultur verarbeitet wurden dass das ähm jetzt für viele schon vorausgesetzt werden kann beziehungsweise wo es in der Geschichte halt relativ schnell klar wird das ist ein Mensch in einem Kostüm der Gangster verkloppt äh bei diesem Alien ist das jetzt vielleicht doch einfach etwas schwieriger ähm wo man sich halt dann schon mal die Frage stellen muss wo kommt der überhaupt her was der jetzt hat bei einem Jungen aus Queens und einem Milieu der aus Gotham City diese Frage sich dann nicht so stellt also ich bin glaube ich bei allem bei dir was du sagst gerade was ich auch tendenziell finde ich ja vielleicht ein bisschen hin und her gerissen alles eine Geschichte die ist erzählenswert gerade weil sie sicherlich auch Aspekte aufdeckt oder beziehungsweise den Comic Park der jetzt auch bei mir nicht allgegenwärtig ist ja also dieses alltägliche im Kampf ja gegen Unterdrückung der äh Queeren Szene und das ist ja letztlich auch eine Thematik die bis heute noch aktuell ist insofern ist das schon auch gut dass man darüber eine Geschichte macht und ich finde es per se auch jetzt nicht allzu also ich finde es grundsätzlich auch in Ordnung dass es im Black Hammer Universum stattfindet eine Storyline von der ich das Gefühl habe dass es ja inzwischen viel zu wenig zur Haupthandlung zu erzählen gibt und auch nicht mehr viel passiert wie es aussieht sondern letztlich einfach nur ganz 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 viele Spin-offs kommt da spricht natürlich auch so ein bisschen einfach diese Enttäuschung aus mir dass ich eigentlich wissen will wie es weitergeht und dabei nur ganz punktuell was erfahre und mich hat einfach auch ein bisschen gestört dass das hier für die Haupthandlung auch nicht viel Neues zu erzählen hat weil es eigentlich alles Punkte sind die ich irgendwie kenne die Geschichte selber ist okay auf jeden Fall erzählenswert optisch total toll und hast du nicht gesehen ja also ja keine Ahnung vielleicht hätte ich mich gefreut wäre das hier einfach eine weitere mir noch eher unbekanntere Figur aus dem Black Hammer Universum gewesen also hätte man diese Geschichte nicht erzählen können mit irgendeinem anderen x-beliebigen anderen schwulen Superhelden den es gibt in dem Universum und dann gibt es vielleicht nur punktuell irgendwelche Prüfungspunkte zu den sonstigen Figuren die wir schon kennen vielleicht hätte mir das besser gefallen weil es dann halt vielleicht eher noch so dieses ja was Neues gewesen wäre da hätte es auch nicht diese ganze Marsianer-Geschichte gebraucht mit dem Typen der dann noch hinterher geflogen kommt und unseren Barbarian Barbarian oh Gott Barbarian Barbarian Dankeschön dann halt nochmal eine runterhauen will weißt du das wäre dann vielleicht ein anderer für mich besserer Ansatz gewesen ja deswegen bin ich da so doch ein bisschen hin und her gerissen also Geschichte alles schön und gut alles gut in Ordnung so aber vielleicht nicht unbedingt mit der Figur und auch nicht unbedingt in dem Universum ach ich wiederhole mich ich habe da keinen großartigen Erkenntnisgewinn gehabt und das finde ich schade bis enttäuschend das finde ich jetzt sehr überraschend ich habe da tatsächlich mit besseren Kritiken von eurer Seite auch gerechnet auch weil ich ihn wirklich so gut fand aber gut so ist es halt muss ja nicht bei jedem gleich ankommen ich weiß nicht habt ihr zu dem Band noch irgendwas was ihr loswerden wollt für mich gab es eben Black Hammer Spin-offs die haben mich mehr überzeugt ich bin eben auch der Meinung es sind mittlerweile so viele Black Hammer Spin-offs raus deutlich mehr als von der Hauptserie dass ich auch gerne endlich mal wieder ein bisschen Fortschritte in der Hauptserie sehen würde ich bin da halb bei Andi naja die kommen ja auch raus das wissen wir ja dass die Spin-off Serien ja mehr oder minder zurückgefahren bis eingestellt werden und die Zukunft mehr wieder bei der Kernserie liegt also von daher können wir die dann in Zukunft ja auch wieder besprechen na gut also Breastorm deine ich müsste das jetzt nochmal nachlesen exakt um um dir zu der Flagge am Ende vielleicht mehr sagen zu können ich kann das jetzt so spontan nicht exakt beantworten das war jetzt auch kein Problem über das ich gestolpert bin beim Lesen wie gesagt ich war einfach auch zu sehr gefangen in der Geschichte ich bin da jetzt über keine großen Stolpersteine gestolpert die mich gestört hätten also von mir ist es eine klare Empfehlung eben auch für Menschen die nicht Black Hammer gelesen haben die die Kernserie aber ich auch auch als Mensch der ziemlich alle Bände gelesen hat bis auf zwei drei Spin-Offs oder so auch ich war sehr angetan von dem von dem Band na gut dann glaube ich können wir das hier auch zum Ende führen lasst uns doch gerne wissen ich denke das ist eine relativ populäre Serie also wenn da draußen sind bestimmt diverse Zuhörende die den Band auch gelesen haben und vielleicht auch andere Comics die wir hier besprochen haben ältere oder neuere lasst uns gerne wissen wie eure Meinung dazu ist ihr findet uns eben auf den entsprechenden Social Media Kanälen Instagram Twitter Facebook glaube ich auch irgendwer betreut auch Facebook von uns irgendwer tut das ja ich bin ich weiß dass ich Instagram betreue aber irgendwer von uns anderen macht auch Facebook und Twitter als Comic Cookies sind wir da recht leicht zu finden Verlinkungen sind auch irgendwie in Show Notes etc. natürlich zu finden und auch die Zugänge zu den Telegram und Signal Gruppen da könnt ihr euch auch gerne mit uns austauschen zu den Comics die wir besprochen haben oder eben zu Comics die wir hier nicht besprechen weil wir nicht alle Comics besprechen können die wir lesen oder eben auch Comics die ihr mit uns besprechen wollt oder die ihr uns vielleicht auch empfehlen wollt und nahelegen wollt oder als Thema für die Sendung auch mal näher bringen wollt findet uns an den entsprechenden Stellen ansonsten vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns dann in ungefähr einem Monat wieder mit den nächsten Comics und ich sage Adieu macht's gut lest mehr Comics und we stand with Ukraine Tschaui Tschau Ja Frieden auf Ehren Sowieso Tschaui Untertitelung des ZDF für funk, 2017